am Geburtstag zu streamen. So, jetzt müsste dies aber jetzt starten. Genau. Es läuft! So. So, ich hab mein erstes Shiny gefangen. Ich pack das jetzt sofort. Vielen Dank, Nello! Vielen lieben Dank für die Glückwünsche. Vielen lieben Dank. Ja, ich feiere meinen Geburtstag erst Samstag. Dann kann ich ja heute streamen. Streamen. Und man streamt sehr gerne mit Micha und Beppo. Mit sehr tollen Menschen. Kann ich mir etwas Holz und Steine von deinem Lager nehmen? Ja, ja, nimm du. Was? Das Spiel ist dunkel, weil es Nacht ist. Ja. Ich hab mich extra heller gemacht, dass sie mich besser sehen. Wo ist denn deine Hauptkiste? Weil hier in den Kisten, die du hier an der Seite stehen hast, hast du... Ah, doch, hier ist mehr Holz. Ah, die zweite. Hast du gesehen, Beppo? Mein mega fettes Liebfank hier. Ich gucke. Liebfank, das ist der, der Medizin macht. Dieser Paul arbeitet ganz schön langsam. Toll. Sofort abgeschossen. Der hat wieder ein Knochenbruch. Also, Micha, was ich dir anrate, ist, ähm... Es hat keinen Sinn, die Pauls zu heilen. Ist sie einfach. Also, am Anfang jedenfalls, weil es... Es töte sie. Ich will welche fangen. Ich will die einfach alle töten. Töte sie. Nee, es dauert halt so lange. Und du kriegst erst später gute Pauls, die Medizin herstellen. Und dann geht's auch schneller. Deswegen töte sie einfach alle. Was up, fuckers? Hi, Marcel. Happy Birthday! Danke, Marcel. Danke, Marcel. Hallo. Moin. Ah, Marcel ist wieder aufgedreht. Micha. Micha ist da. Was ist denn hier für ein neues Gesicht, sag mal. Micha, wie kommen wir denn zu der Ära, Alter? Hat das verlaufen, oder was? Ich glaube, ich... Ich habe es akustisch nicht verstanden, Entschuldigung. Ich bin zu leise. Ich habe mich verklickt, habe ich gesagt, ja. Ja, das glaube ich auch, ey. Ich dachte, ich kicke nicht richtig. Danke, vielleicht wollt ihr ja auch eine Zeit mit mir verbringen. Genau. Warum bin ich so leise, warte mal. Und dann kommt ihr alle hier so reingeschreddert. Computer, sag nein. Ist das jetzt was? Mega. Liegt an der Xbox. Seit wann hast du überhaupt die Xbox? Ich habe alles. Das war ja auch immer so. Alter, warum machen die Penner das hier rein? Xbox. See. Crazy. Ich habe nur Crazy und... Wobei, ja, eigentlich habe ich auch keinen PC, weil ich kann hier drauf ja nicht zocken, außer Sims. Und das auch noch auf mich reinstellen. Und das macht dann die letzten Tage die ganze Zeit Sims spielen. Ja. Und ich meine, die Läuft auf und Toast, oder das kannst du bestimmt auch spielen? Ja, aber ich muss 20 Euro bezahlen. Und ich muss da komplett nochmal neu passen. Ich habe einen neuen Snooty, Marcel. Da sind Igel drauf. Mach mal Kamera. Ich bin im Stream. Danke für den Lurk, Dragon. Danke, dass du so oft da bist. Ich muss Marcel jetzt meinen Igel zeigen. Guck meinen Igel. Oh, aber das ist ein Adblock, wo der aktualisiert. Ja, schön, danke. Ich sitze hier mit meinem Igel. Kreuz sind eigentlich den nützlichsten. Was? Ja, sieht schick aus, Kim. Welche Ports sind die nützlichsten? So am Anfang. Der Hirsch. Nee, er fang, ähm... Fangen, ähm, das Huhn, weil das legt Eier. Oder Beppe? Äh, ja, Hühner sind sehr praktisch, damit du mal die Essensvorräte immer aufstockst. Weil Hühner füttern sich auch mit Eier. Ja, die essen ihre eigenen Eier. Ah, wie heißt das? Wie heißt dieses Nostra... Das sieht wie ein Ho-Oh. Die sind irgendwie alle aus wie Pokémon, ich weiß nicht. Ah, der, 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 der Huckuckuckuck, oder wie heißt der? Genau, der Hau. Ja. Wow, ich hab den, aber ich glaub, ich benutze den nicht. Warte, ich guck mal, was... Was der macht, der hat ganz komische Sachen... Irgendwie so... Hier sind Hohn. Warte mal. Wie kann ich gucken, welches, äh, welches für alle ausgerüstet hab? spielst du mit controller ja materialen siehst du wenn du auf den button mit den drei strichen drückst du hast option ja das ist ja offen accessoires kopfgleiter alles was du an bei dir hast das wäre habe ich ausgerüstet ich habe eine ja und die kannst du unten wechseln ich glaube in dem du ich muss überlegen wer wie wechselt man die dinge was ach ja du drückst auf unten für die sphäre zu wechseln lt und dann drückst du steuerkreuz runter und dann wechselt es die sphäre ich und xbox leute ich und xbox also guckt ich habe ich habe machen bekommen das ist mein geburtstags machen wäre bei mir schon weg ja das ist mein zweiter ich war heute zwei mal bei starbucks soll soll ich euch mal was erzählen was ich heute gelernt habe es gibt eine neue neue variante von einem banana split auch so und was wäre das ihr wisst ja ist mein niveau auf jeden fall aber ich bin ich jetzt in der falle gelaufen nein ich erkläre es ja du nimmst ein penis ein erigierten penis machst du sahne drum rum und oben drauf und pax die kirche oben drauf zum banana split ja bodenlos boden leute ich habe mein erstes fettes shiny gefangen guckt euch das an da ist enorm aber ich habe nicht viel hören bei gehirnzeilen sehen ich ich habe auch so ein fan guckt kevin hat mir so ein fancy starbucks becher gekauft ich fand den voll toll guck mal kim ob du jetzt mal mein teleport punkt siehst und ich habe neues mousepad bekommen ähm wo soll ich das sehen auf der karte das neue lager ich glaube ja 258 meter von mir kann das ja hallo kaspar wie geht's dir ich bleib bei dir im lurk ich gehe mal kurz in den anderen channel aus sagen ja ich sehe dich ich kann aber nicht zu den teleportieren doch du musst und eine basisstation gehen ja und dann schnell reise und dann kannst du meine auswählen so wichtig ist jetzt dass ich sieht echt gut hier aus bei so gar nichts ich finde es richtig hübsch fliegende ding es pink gefliegen mit dingen ja was ist denn das pink gefliegen den ding daydream heißt das und getrieben es hat so pinke wolkenhaare ach ja ja das ist auch ein gutes pokémon das ist ein ähm gift pokémon ich bin mir nicht sicher aber ich glaube ich brauche kleinschirm wie geht's dir kasper ich wollte marcel das jetzt noch sagen und da hat er sich einfach verzogen dieser bengel gestern dieser wunderschöne rate der mich so schockiert hat die greifen einen fork an was er gestern als du weg war es hatte ich habe ich in weight bekommen einfach von 136 leuten kannst bett befragen ich war kein mensch mehr kann man eigentlich überall hin fliegen mit diesem vogel nicht wirklich ok hat ja gar keine ausdauer das ist das problem nach nur ja wie ist das mit wenn ich was kaufen würde ja musst du eine werkbank haben reicht das bin ich das was wir glauben vielleicht dass wenn das in der kiste ist und müsste müsste oder muss also waffen musst du alles dabei haben aber das andere wenn es in der kiste ist und du baust in deinem lager dann ist es egal ob es in der kiste dann im inventar bist aber wenn du unterwegs bist musst dabei haben du merkst es ja trotzdem die polbox gebaut und ich war ist ja mich groß was ich habe mich da siehst du dann diese blaue umrandung von deiner base weiter weg weiter weg genau die grenze genau alles was du alles was du in kisten einlagerst und du innerhalb diesem kreis bist kannst du ohne problem nutzen das geht automatisch aus seinen ressourcen raus alles was außerhalb des kreises ist genau das heißt du musst deine polbox so stellen muss sie mit sich stellen weil du ja um um baust weißt du ja und baust sie so dass du wirklich überall herankommst dass du wirklich deine base zum maximal ausnutzen kannst weil verschiedene sachen nehmen sehr viel platz sein ja pass auf zum beispiel ein streamer der hat der hat so gebaut dass drei viertel von seiner base im wasser war ohne dass er es gemerkt hat bei mir ist war auch ein teil im wasser aber das ist nicht schlimm ich kann nämlich im wasser auch bauen ne sterzig hat drei viertel davon im wasser also ich versuche ein paar shinies zu finden wobei ich merke gerade das ist nicht ideal weil ich kann kein pfuss in den pfusser setzen ok schade ich hatte echt geglaubt man könnte hier ich habe ja noch nicht bauen beurte mist dann muss ich meine stelle hier auch etwas ändern ich dachte ich könnte wasserabflöcke ins wasser setzen ein gott alter marcel danke für die 100 bits und für den herzen fakt ich habe keine shots aber ich habe ich habe ein kopf alter falter mann mein herz mein herz macht das nicht mehr mit ich bin nicht mal die jüngste leute ich bin 29 geworden das leben ist vorbei das hat alles keinen sinn mehr micha das hat alles keinen sinn mehr doch steht keine 3 davor ist alles noch cool das hat keinen sinn mehr gut marcel ihr seid schon klinisch tot okay danke 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 weiß ich zu schätzen es war ein kompliment ja ja genau körperlich auf jeden fall wir sind einfach nur reif boah also auf diesem vogel hier das macht ja der mal der ist ja ultra langsam der bruder packen wir hier mal ich dachte ich kriege jetzt diesen vogel hier und dann werde ich so richtig wallabilla aber eigentlich ne ich werde nicht mehr laufen scheiße das ist wie der abbaus das geht auch ja das ist wie der abbaus das geht auch ja das ist wie der abbaus und dann nicht mehr laufen kannst ah dann hast du zu viel gewicht stand ja du musst dann runter schmeißen das nervt so krass am anfang ich habe extra schon jetzt drei busgebungen reingemacht damit ich mir tragen kann aber am anfang hilft es wenn du diese rosa katzen in dein team setzt nur ein team mit den roten katzen weil die haben eine passivfähigkeit die geben dir 30 platz mehr ja richtig starke fucker das bedeutet wenn du von denen 5 beide trägst hast du nochmal 150 gewicht wo du mehr tragen kannst ich fliege hier hin und her beppo arbeitet fleißig ja depresso kommt seine arbeit nicht nach ich sag's dir weil der wartet bald der entsafter ne hier wird gearbeitet oder man wird entsaftet so abbauen mein beppo ist schon level 3 nein jo ja leak 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 gesundheit fieforem boon 2 minuten 30 ja es ist na ja wenn du deine pollbox weiter weiter ausbaust dann kannst du mehr pols bei dir arbeiten lassen gesundheit bist du mehr pols du hast desto mehr ein kommst du arbeitslager hast du so weißt du wie in der ddr die pols die pols sind eigentlich dafür da um ausgebeutet zu werden ja ganz nach dem deutschen spruch arbeit macht frei bei uns auch und wer nicht hört wird entsaftet im polen safter der zeit wurdest du wahrscheinlich abgeschossen heutzutage nennt man das abschieben das sind dann die nach luxemburg kommen ich habe sehr viele deutsche ja ich habe nur franzosen na gut ich bin für die firma die schabbert ist ja in deutschland betrieb ich habe ein fuller hat an ich habe jetzt 200 minuten lang mein ex noch gehalten warte bist du medizin herstellen muss da bist du fünf minuten ja dann stehst du gute fünf minuten da außer du kalt ja er muss lief mann würde wie heißt denn diese bedürftige farmarbeit was wollen die von mir was ist das ein fudler was heißt wenn du die farmarbeit was leg eier ist ihn doch nicht dabei oder ich bin nicht um er wird entschaftet das ist das bleibt nicht auf der fifa wirst du wirst du werf es wieder rein das ist ja komm mal hier mein freund schmeißt es wieder rein geht es jetzt auf hast du mich einfach ein b drucken da habe ich sie auch ich bin da in der hergerandet da hast du wenn ich jetzt an der pollbox in ruhen unten rein mache ne ja 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 machst du das automatisch ironigen es geht der arbeit nach ja die arbeit ist ja eierlegen oder nicht nicht immer sie können auch anderes machen ja schlafen zum beispiel wie es gerade macht aufwachen ne du hast jeden poll kann verschiedene eigenschaften mit sich bringen einmal die hauptfähigkeiten wie jetzt beim huhn eierlegen aber sie können dann auch abgesehen davon handwerkliche talente haben äh frustfähigkeiten oder noch andere sachen und du musst ihm ein bildchen bauen ne ja ich weiß es weg und noch ein neues alter was greift mich hin da an ich kann hier ist ein shiny hier ist ein oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott es ist ein ich muss luft holen was ist das ich will den unbedingt haben oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh ok 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 lecce Du bist ein böses Wauwau. Böses Wauwau. Böse. Böse. Ich versuch's. Nein, er hat ihn abgestoßen. Nein. Nein. Noch einmal. Schieß. Nicht scherben. Bitte. Bitte, 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 bitte. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Nein. Geh hoch. Hoch. Nein, du greifst ihn nicht an. Nightwing, nein. So, das ist gut. Nightwing, nicht. Nicht. Nein. Bleib an dem Scheißball drin. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. glückwunsch ich freue mich so krass gerade ich hab ihn ich hab so einen komischen Schaf hier rumhüpfen und so zwei Bilder alles fangen alles fangen und dann essen die Betten bauen kann man nicht einfach irgendwo in die Ecke stellen wenn die Penboyen auch ihm noch ein Bettchen warum weil er das verdient er muss doch irgendwo schlafen ich hab einen für so einen mega geilen Wolf gefangen kannste mal bitte tiefer fliegen es tut mir leid falls ich mich jetzt so übertrieben krass im Stream ja ich wollte dieses Tier echt haben ich mag den ich bin ständig mit dem unterwegs eigentlich und jetzt habe ich den einfach in fett wie heißen diese Dinger bei Pokémon heißen sie Shiny wie heißen sie hier fett fette Dinger fett fett keine Ahnung schneiden sie halt hier auch Shiny nein 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 das ist ein dickes Pokémon oh mein Gott hier müssen wir eingreifen wir müssen ihm helfen ein 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 ich nenne es einfach auch ein Shiny ja ich befreie dich ich nehme dich mit ich nehme dich mit komm einfach flüchten 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 Weg, 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 weg. 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 Ja, ja. Also mich hat es auch genervt am Anfang, Micha. Aber wenn du wirklich bis im Spiel drin bist, da läuft das. Dann kommst du nicht mehr raus. Ich überleg halt überall, ich will, ich will Shinies fangen. Ich will speckige, speckige Pokémons fangen. Verbesserungen. Bau, Foto, Bau, Strohbitten. Ich baue die Strohbitten jetzt nur, weil ich die Verwässerung machen will. Mach, weil du sie lieb hast, sag das. Ich habe hier gar niemanden lieb. Entschuldigung? Also, von dir ist eine komische. Ich habe mich jetzt schon fast beleidigt gefühlt, wa? Diese komische Polster. Ich bin kein Anton. Du hast, glaub ich, sowas ähnliches? Ich weiß es nicht. Es gibt nicht sowas ähnliches wie Anton. Es gibt nur Anton oder keine. Ich habe heute so einen Funko Pop gesehen von Anton. Ich war schon fast dabei, den zu kaufen. Anton ist das beste Pokémon überhaupt. Aber du weißt, was ich auch noch kaufen wollte? Was? Poppa Troll, Playstation Spiel. Grand Prix. Ja, besser. Wir hätten einfach Grand Prix fahren können. Geh doch mal da weg, du. Du musst scharf, Alter. Du musst scharf. Was macht das da? Shiny, Shiny. Ich höre es. Ich höre es. Es steht bitte da weg in Scharf. Wo? Alter, was ist denn, was geht denn hier ab? Was ist hier Shiny Town? Nicht Chinatown? Stimm, Ali. Ich muss da hoch. Der ist Level 25. Ich bin Level 17. Ha, 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 ha. Er versucht mir fit den Arsch. Oh, was meint da rein? Ich versuch was, okay? Du musst mir echt jetzt helfen. Du musst jetzt mit angreifen. Schreibe an! Nightwing, nein! Ah! Das will größer sein. Das war dumm. Das war sehr 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 dumm. Ich hau ab. Ich scheiße auf diese Shiny. Was ist heute? Er verfolgt uns. Oh nein. Ich bin bei mir einfach mal auf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ein Wiener. Was ist mal dabei? Ich fäng dich um. Wo bin ich denn hier gelandet? Warum ist hier alles höher als ich? War es alles fein? Ja. Ich bin überfordert. Ich ess bisschen meinen Geburtstagsmuffin. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht! Ich hab gar nichts gemacht! Ich brauch mal ein Schaf, was ich schlafen kann. Das hier brauch ich noch. Ah, ich hab doch da nur gesquattet! Und jetzt will er mir den Arsch versungen. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts! Was ist das? Ein Floppy? Ich hab schon ein Floppy. Das sind Ruhe. Alter. Also Beppo, diese Grinthals findet man hier überall jetzt, diese Katzen. Ich find die jetzt an jeder Ecke. Warum, bist du in der Nähe von mir, oder? Du siehst doch, wo ich bin. Auf der Karte. Du bist scheiße weit weg von mir. Ich hab gar nichts gemacht! Gar nichts! Ich wurde hier unter falschen Tatsnassen einfach angegriffen. Ich will jetzt in meine Base. Und dann will ich mich auf... Was ist denn hier los? Was ist das denn? Warum ist das hier so schmutzig? Ich... Ey, Mama ist nicht stolz. Mama ist nicht stolz. Okay, wie fett ist jetzt dieses Pokémon, Leute? Die Statue der Kraft. Oh mein Gott! Beppo! Mh? Ich zieh dir meinen fetten Wolf an. Ich bin voll glücklich. Der Wolf ist meiner. Dankeschön. Brutal. Brutal. Wenn du bis alles selbst machen kannst, Micha, ist es viel einfacher. Also wenn alles bis selbst gelootet, gecraftet, den ganzen Scheiß. Hier liegen ganz viele Eier um, weil... Moment, 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 Moment. Moment, 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 Moment. Warum legt das Ei auf sein eigenes Bett? Wie essen die auch? Die essen ihre eigenen Eier. Alter, der steht im Feuer. Beppo, bringst du deinen Pauls diese Sachen bei? Was? Wenn du solche Sachen findest, bring deinen Paul, bring deinen Paul hier bei, bring deinen Paul da bei. Äh, ne, den bringe ich nix bei. Ah, weil du hast so Fruchten, wo du das halt machen kannst, ne? Feuer, Feuerschuss. Ich versuch das mal bei Flamara. Na ja, er kann doch schon. Ja, dann du. Oh mein Gott, wie cool. Was? Was ist... Ah, dankeschön. Mega cool. Was? Du kannst deinen Pauls halt verschiedene Attacken beibringen. Oh. Wusste ich gar nicht. Weil du findest solche Dinger, so Blumen an Bäumen, so Früchte. Okay. Und die nimmst du halt mit und mit diesen Früchten kannst du deinen Pauls, ähm... Zum Beispiel, ich hab meinem Wolf jetzt Feuerschuss beigebracht. Was machst du denn da, mein Schatz? Wer hat ein Clip gemacht? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr geklippt, Leute? Was habt ihr geklippt, Leute? Was habt ihr geklippt? Ich habe gar nichts gemacht. Wie geht es euch hier, meine Habibis? Ein feuchtes Ei. Ein feuchtes Ei. Ah, uns fehlt Stoff und Schnaps. Dann machen wir Stoff und Stoff und Schnaps. Oh nein, ich mache keine 400. Kommst du mal bitte? Dankeschön. Das machst du richtig gut, mein Kleiner. Ich werde überfallen. Oha. Oha. Äh, 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 ähm, ähm. Äh, lass deine Pals los. Hast du nur 3 Pals, gemeint, und fertig. Das ist Level 2, oh mein Gott. Oh, was hat das denn? Bruder, ich... Komm, die fangen? Ja, ja. Geil, meine. Meine. War her, du Drecki. ich war's tot hat weggeschlagen ab hast du gut gemacht mein kleiner Schatz Brauchst du den Kopf? Fasern ich bräuchte hier mal bitte ein Wasser-Pokémon das ist ja doof das ist ja doof wie ежд habt ihr gut gemacht so und haben wir zwei brotstellen ach man hört doch auch damit es geht mir so auf den sack dass ich all meine sachen und du musst den futterdruck dann füllen muss bern muss das jetzt für den anfang machen und nachher werden sie sich alleine ernähren wenn du nachher bogen und pfeil hast versuch immer genug bogen und pfeil dabei zu haben warum wie kommst du immer hier raus hör doch auf damit alter depresso geht immer raus wieso geht er raus ich habe keinen plan ja ich komme gleich diese stahlschlüssel helfen später kisten aufzumachen genau ich habe mir noch eine die verschwinden auch wieder also nicht die schlüssel aber die kisten verschwinden die spornen wände oh mein gott guckt euch das an so wo es jetzt wird immer noch ich baue noch komm mir richtig cool vor das ist ein fallschaden kriegst du auch ja ja das ist kein apex kriegst weniger fallschaden wenn du auf den pols reitest das ist ein fallschaden das ist kein Was ist hier in Ruhe? Oh, die Aufgaben sollten wir schon machen, ne? Denke ich, oder? Die Aufgaben so zu machen, ja. Bringt die irgendwas, oder? Das ist das Tutorial. Ja. Ja, es bringt halt was, dass du deinen Tutorial... Bippo, was baust du denn hier für ne Bude? Warte, ich komm hier mit Wulfi. Bippo baut hier ne halbe Hütte. Ich bin auch im Haus bauen. Guck dir meinen fetten Wolf an. Hübsch. Ja. Es ist Wulfi. Angegräht. Guck, also Bippo hat hier echt ne Bude gebaut. Krass. Und ich suche einen für ne Shinies die ganze Zeit, während er hier ne Bude für Airbnb baut. Er baut hier ne halbe Airbnb Bude. Und ich, ich chill hier so rum. Hab, fang ein Shiny nach dem anderen. Aber alles gut. Jawohl. Warte, ich ess kurz, ich ess kurz ein bisschen weiter an meinem Cupscake. 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 Ich kann jetzt Bippo bei Sims zu gucken. Ich muss nur gucken, wie ich die Luscher jetzt schliessen. so. 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 China Edition. So. 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 Ich hab mich extra so dahin gestellt, dass mein Stream denen zugucken kann, während ich mein Cupcake esse. Wir können auch gerne Bippo folgen. Bippo Schokolade. Ist auch ein luxemburglicher Streamer. Und wer ist halt Paw Patrol Fan? Was? Hm. Ja, Bippo. Kennst Du Bippo? Ja, Bippo müsste mal auf Streamers.l u. kommen! ich höre die leute kennen dich bestimmt hauptsache das geht es ist so dämlich du musst es teilweise anders bauen damit das halt dann passt aber sieht jetzt geil aus ich habe auch gelesen oder gronk meinte dass die pauls probleme hätten treppen hoch gehen zu gehen ja deswegen macht er einfach ein schiefes dach als treppe das funktioniert so gut dass wir die streams der anderen gucken weil das hilft uns wirklich ungeheuer ungeheuer das heißt es geht nicht muss ich dann das wieder anders bauen aber kann ich dann noch das eine element drauf bauen und so weiter geht spiel beppe und ich nächsten tage sims ja das geht wieder ich werde wahnsinnig das ist so dämlich das problem ist hier vorne wird mein schlafzimmer aber da das krumme dach nicht als dach zählt für ein bett reinzubauen zu übernachten ach ja stimmt hast du mir gemacht muss ich zuerst die 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 holz decke drin setzen aber weil ich das aber hässlich finde von außen will ich gerne den schiefer dach draußen haben so muss ich aber zuerst die decke bauen und dann kann ich auf diese decke den schiefer dach bauen verlohnt verlohnt verleiht die wohnung bei rb hast du also was kevin gesagt hat machst du aber auch geld mit allem ja ferienwohnung auf bald schickst du auch deine pol pols anschaffen mein kevin ja es gibt ja eine die ist ja so drauf ein pol die die ja gibt leute die haben die sessie genannt ich nenne meine pols ja auch um aber nicht alle so viele namen habe ich nicht einmal aber das vork das vork hat echt nicht gewonnen mit seinem namen das sieht richtig geil aus das doch sieht richtig neus aus ich bin auf paul jagd aber ich komme danach wieder zu ja ich muss wohl viel leveln wohl viel ist nur zwölf und die sprache weiter meint auch aus wenn wir nicht irgendwie erz abbauen in der base leider nicht finde ich halt komisch weiß ich glaube später du hast du eine schmelze die du bauen kannst aber das ist viel später ich denke weil es gibt so einen anderen ofen noch und ich denke das ist wo du das ernst rein schmeißt obwohl viel ist ein bisschen speckig ja also entschuldigung entschuldigung ich will nur das geräusch hören von einem scheinen hier ist den rest will ich nicht hören was ist denn los packi was macht dein hund wieder was ist denn los mein kleines hündchen jetzt nehme ich dich wieder hoch und dann willst du wieder runter und dann haben wir das ganze spiel umsonst gemacht guck jetzt bist du oben und jetzt kann ich weiter spielen was sagt dass du dein köpfchen nicht anstößt am mikro jetzt gest线 ja ah wollt du da best ok Okay. Huckst du zu? Ja, ich weiß. Das ist ein großer Wolf, hm? Er ist ein bisschen größer als du. Just do it! Make your dreams come true! Wie immer. Wie geht's? Ich bin voll konzentriert hier ein Dach zu bauen. Äh... Wie könnte ich das jetzt besser machen? Was ist denn hier los? Warum liegen hier so viele Sphären? Keine Art. An manchen Stellen findest du richtig viele Sphären. Ah, deswegen hier lagen wir zu drei Stück. Scheiße. Ich war fast fertig gezwungen. Wow. Ja. Ach man, jetzt gehst du mir auf die Nerven. Okay. Mal sehen! Noch habe ich keine Entscheidung getroffen. Äh... Äh... So. Jetzt noch hier das Teil ausfüllen. Ähm... So. Dann muss ich... Das Bauern ist so kompliziert aufgebaut. Dann muss ich hier eine Doppelwand hochziehen. Ah ne, das stimmt. Das geht nicht so. Ich muss das anders machen. Ähm... Oder chill. Chill. Das ist dumm. Äh, mal diese Attacken. Äh... Wie mache ich das jetzt? Aber will ich doch nur einen Shiny finden. Ich geh nicht extra auf die Suche. Es gibt später beim Volkan eine extra Stelle, wo Shinies spawnen. Aber ey, ich mach das gerne, so hin und her fliegen und suchen. Ey, boah, was für eine Entscheidung musst du denn da noch treffen? Äh, die... Ob ich... Boah, Stream-Op. Ja, aber da musst du doch keine Entscheidung treffen. Mach's doch einfach. Da ist doch nix, was daran verbunden ist. Außer, dass du in dein... In dein Profil schreibst, dass du Teil davon bist. Aber sonst musst du ja nix machen. Ah, Mist. Das ist falsch. Ich mach das nix. Was steht neun... Ah, dann ist die Rechnung bei mir noch nicht angekommen. Welche Rechnung? Er schreibt, kostet 99 Euro im Jahr. Ja, dann kann ich noch stornieren. Und deine linke Lunge. Scheiße. Warum denn die linke? Warum nicht die rechte? Links ist besser. Okay, 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 okay. True, true, true. Auf jeden Fall, ähm... Wenn das so ist, dann würde ich gerne bitte stornieren. Alter, das Chicken Wing passt hier nicht durch. Ich gucke auch bei Beppo zu, was du schreibst. Du bist ja mein Mod. Genau. Ich muss ein Auge da drauf haben. So. Dann muss ich hier die Wund hochziehen. Genau. Ruben, der Problem ist, wie kriege ich jetzt ein Tokotoko, ohne dass es explodiert? Das ist jetzt die Frage. Die kommen hoch. Die sind echt arschig, diese Pokemons. Äh, Pokemons. Das sind ja gar keine Pokemons. Pokemons. Der darf halt nicht zu nah an mich ran. Alter! Geh da rein! Oh, guck! Nein! 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 Bleib doch in dem scheißverfickten Ball drin! Mei, oh mei! Explodiert der Penner einfach neben mir! Kurz haben, ich muss dich denn töten deswegen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich töte nicht gerne, Pauls. Ich bin nicht so wie Beppo. Was heißt das denn? Ich hab nicht nur diese sadistische Seite an mir. Oh nein! Ich töte nicht gerne, Pauls. Zum Nightwing. Mist! Ich muss unbedingt mir Kleider herstellen. Ich bin nicht so wie bei mir. Ich bin nicht so wie bei mir. Oh Gott! du wieder beckung ich hab dich einmal ganz umkreist glaube ich so dass das dach ist fertig warum ist denn hier hinten eine werkbank ja die hatte ich provisorisch dahingestellt ich dachte so, hä, was, warum ist denn hier eine werkbank Pippe baut einfach mal werkbänke wenn Paul sie der freiheit sich waffeln bauen will also wo sind wir hier ist Beppo guck ich kann dir winken wo hast du, ah unten, oh Gott wie dumm guck ich kann tanzen ok Beppo, ok gehts dir gut hast du Probleme wie viele Pauls fehlen wir noch? viele, sehr viele wo sieht man denn, wie viele noch fehlen guck ich kann in der Luft sitzen das ist ein Phänomen das kannst du? ah ja hey, mir fehlen noch viele Pauls, also ich weiß gar nicht, wo man sieht, wie viele Pauls einem noch fehlen hi Michi, ich hab 40 ja 111 sind es im Ganzen ich hab 40 40 ich hab 76 ich hab 76 auf meinem unteren Account ja es sind noch genug ich hab ja auch nicht von Anfang an gespielt, weil ich keinen Bock hatte kommt noch ein bisschen was Beppo und ich machen das Micha kriegt auch Micha hat sie nachher alle und wir haben sie nicht alle hey ja Alter, der pennt einfach mit dem Gesicht im Wasser so, mal gucken, was muss ich als nächstes freischalten ne, ich kauf's nicht ich wäre froh, wenn ich mir Kleider kaufen könnte ist halt jedem das seine, ne verschiedene finden es halt ultra doof andere finden es mega interessant deswegen es ist ne Sucht es ist ne Sucht wenn du zahlst, ja wenn du zahlst, ja oh ich muss wieder aufladen ich muss wieder aufladen hab ich eigentlich schon das Bett für die anderen, ja uh 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 oh ich dachte ich komm nicht rüber ach depresso ist ja wieder depressiv er ist immer depressiv er sucht immer Streit davor er sucht immer Streit davor ich kann ihm gerne den Arsch versorgen, wenn er nicht aufhört gibt's hier gibt's hier nein er sagt er hier einfach an hi Schäfchen ich glaub wir müssen kurz hier bleiben bevor wir weiter fliegen, weil sonst fallen wir halt da runter ich hoffe wir kommen da rüber und und gooo könnte enken wir parken kurz, wir parken kurz jetzt ist er auch noch hungrig jetzt ist er schau neben anime an ok danke für den Lörg aber ich glaub hier war ich noch nicht, kann das sein ich glaub hier war ich noch nicht, kann das sein ja war hier nicht irgendwo ein Ding doch ne ja genau das hab ich noch nicht, nicht freigeschaltet so teleportieren wir uns hier hin verprügeln wir ein paar Schäfchen oha Aggression wir verprügeln ein paar Schäfchen und ein paar Katzen und ein paar Katzen auch noch alle ein alle ein oh mein Gott ein für alle boah Deutsch schwere Sprache Deutsch Deutsch sein ist sehr schwere Sprache wieder ein Fock komm hey Katze bleib hier du stirbst jetzt ich ziehe manch was die weglaufen boah boah mhm mhm bist du gestorben? ach ich bin so dumm hm ich bin so dumm ich bin so dumm ich bin so dumm welches denn zum bolschhafen großes das was hat das geglitzert das wird schon mal mit seinem kopf gemacht hier sind wir nicht mehr auch wo das bitte hier ist einfach mal packer an lama alpaca ich war ein brutal ich war in fünf level über mir Jetzt hast du es, jetzt hast du es tot gemacht. Ich glaube, das ist spannend. Das wollen wir sogar machen. Ein Dämpchen hat mir geholfen. Geht mich. Jetzt wird ein Mammut. Ich möchte gerne so ein Cremis haben, aber im großen Schein. Ich brauche jetzt das machen. Geht weiter. Geht weiter. Hallo. Nice. Und ein Schnellreise. Ich habe jetzt nicht nur als Folge gehabt, wenn ich einmal mal ausgeraten habe. Oh mein Gott. Hier ist ein Monster-Gumus. Gehen wir mal ganz kurz zurück in meine Waze. Ich gehe ganz kurz auf die Toilette, dann bin ich sofort wieder bei euch. Wo ist meine Waze jetzt? Geht weiter. Mann, Hühnchen verprügeln. Yeah. Settel. Maulen. Geht weiter. So. So. Pistol. Hier. Die Waze. Hier. Ein Pucker, den Sattel aufsitzen. Jo, ich schau' jetzt das Hühnchen bitte. Nein, das hat mich tatsächlich getötet. Das ist wirklich gut. Danke. Oh, okay. So. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. Hey. Wow. Wow. So, so. So, so. Okay. So, so. So, so. So, so. So. okay jetzt war das spaß also wenn ich den pokémon kregen das ist echt witzig ich sage jetzt mal pokémon also weiß schon was ich mein komischer pinguin ja wo du kommst du nicht aus wachst du Nice. Oh, du bist so hoch. Oh, oh, oh! Plans. Oh! Nein! But okay, wow. Oh, okay. 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 Oh wow heis dort. Nicht die Hand um den Sattel herzustellen, Phil, ist eine viel. Sooo, ich hab mal ne erste Wildbank Oh Mann, ich kann was hier reißen, aber ich kann den Sattel nicht herstellen Ich hab sie geliebten, ich hab sie geliebten Vielen Dank, dass ich nach hinten mit einem Sattel. Ich hab sie geliebten. Ich Nueve Sattel. Hey, das ist cool. So, hoppen wir mal die erste Kleidung. So, die ersten Punkte verteilen. Hi, Misa. Nein, ich habe noch keine Menschen gefallen und ich bin wieder da, Leute. Okay. Du, Misa. Misa hat jetzt die ganze Überraschung. Misa. Moment, schicke ich dir. Was? Schick du mir, schick du mir, Newt. Aber ich habe eigentlich eine andere Frage an dich. Schick du mir. Nein! Oh nein, ich wollte ihn fangen. Ach man, Nightwing. Der macht alles kaputt. Wo hast du mich denn... Oh Gott, Misa, du bist so doof. Also Misa hat mir Newt geschickt. Schön. Misa hat mir Newt geschickt. Aber ich hatte eigentlich eine andere Frage an dich. Alter, ich wollte ihn aber jetzt fangen und jetzt hat Nightwing den getötet. Also meine beste Freundin, sie sucht so einen Starbucks-Becher. Oder einen Starbucks... Ne? Sowas. So einen. Aber irgendwie gibt es momentan so Starbucks-Becher mit dem chinesischen Sternzeichen. Und den kriegst du wohl nur in Amerika. Bei Target oder Walmart oder sowas. Denkst du, wenn du Zeit hättest, dass du mal nur danach losern würdest? Könntest. Und ich bezahle dir natürlich den Bescher und den Versand und alles, wenn du ihn findest. Das wäre super toll. Ich habe noch einen anderen Freund gefragt. Der ist in Texas, ob er ihn findet. Genau, dann... Kriegen wir das hin. Ich schicke dir ein Foto davon nachher. Das wäre sehr toll von dir. Sie hat sich halt übelst aufgeregt, dass man den nicht in Luxemburg bekommt. Und wir waren... Sie hat auch in Deutschland geguckt. Da haben wir ihn auch nicht bekommen. Wir waren hier in zwei Starbucks. Der war auch nicht. Was ist das für ein Vieh? Univolt, Level 31. Leckt mich doch fett. Lass mal was. Ich wünsche euch aber noch viel Spaß, ne? Okay. Ah, du gehst? Ja, ich schaue jetzt erstmal ab. Ich bin müde. Okay. Dann schlaf gut. Bis dann. Bis dann. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Dann tschau, tschau. Ich schicke dir. Ich hab's ihr geschickt. Oha, ich bin so dumm. So. So. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Dann bauen wir noch ein paar Bälle. Musst du nur Level 7? Boah. Ich bin Level 18. Wie levelt man denn am schnellsten? Man tötet Dinger, ne? Nicht schon bedingt, auch das Fangen von Pauls bringen dir so viel Level. Ich weiß nicht, wie viel so ein Starbucks-Dingens kostet. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich bin gar nicht in so einer Starbucks-Welt drin. Ich bin gar nicht in so einer Starbucks-Dingens kostet. Ich bin gar nicht in so einerkend Schmerz. Aber ich habe nicht enge speaks. Ich bin gar nicht in so einer Karten. Ich bin gar nicht in so einer Karten. Ich bin gar nicht in so einer Karten. Ich habe keinen Plan, der kostet 20 Euro, keine Ahnung. Oder 15, ich habe gar keine Ahnung. Nein, ich wollte ihn nicht umbringen. Aber, Beppo, haben wir jetzt immer diese Basen? Bleiben die jetzt? Die bleiben jetzt. Okay, wir stellen mal vor, du baust das jetzt und dann sind die weg. Ich habe voll Angst, Bambusklamm, das ist für mich Pädobeer. Ein Loop-Mohn. Was ist ein Loop-Mohn? Was ist denn? Was ist denn jetzt auf? Nein, jetzt habe ich das Hühnchen getötet. Da hin. Was ist denn? Beppo, hast du schon einen Luv-Mund? Nein. Ach, das ist schade. Also wenn du keine Zeit hast, ist das natürlich kein Problem. Das war nur eine Frage. Das wäre super, super toll von dir. Ich gebe dir dann auch sofort das Geld und alles zurück. Ich überweise es dir oder wie du es auch immer haben willst. Dankeschön. Dankeschön. Dann wird sie sich freuen. Alleine, dass du schon dahin gehst, dafür bin ich dir schon dankbar. Deswegen alles gut. Wie alt ist, wie stark ist denn der Boer? Ein Kavnikno. Das ist unsichtbar. Und da ist ein Bug. Ich bin auch schon 20 Stunden sicher. Ja, deswegen. Deswegen, wenn du ihn findest, ist es natürlich toll. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber sie hat mir erst heute davon erzählt. Sonst hätte ich schon früher bei dir nachgefragt. Der Hurensohn macht sich... Okay, jetzt. Alter, ich knall 500 Bälle auf dich, wenn es sein muss. Du bleibst in dem Ball. Dann hier ein Kupfer der. Das wäre ein Konito! Alter. Wie stark war der denn? Ich war ab dem... Zum... Achso! Das ist natürlich... Ja, das wusste ich jetzt nicht. Nee, sie hat mir auch erst heute davon erzählt sowieso. Und dass ich ihn halt mich mit isst. Und da hab ich hier halt gedacht, ich halt so, ja, dann frag ich mal nach. Man kann ja immer mal fragen. Ist das so schlimm in Amerika? Mit diesen Starbucks-Bechern? Jetzt werde ich auch noch von zwei angegriffen. Als würde einer nicht reichen. Nein! Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde... Nein, ich bin ins Wasser gefallen. Nein, nein, nein. Na... Ich werde so hardcore sterben. Warum lebe ich nicht? Oh nein, oh nein, hier ist doch nirgendwo... Ich kann nirgendwo hochklettern. Ja, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Ich kämpfe, ich kämpfe noch. Ich kann keins mal nach gucken. Hi, ist so verdammt. Es ist schlimm mit solchen Halbschimmer als ein Deutscher... Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, als sie mir von diesen Dingen es erzählt hat. Da dachte ich mir so, okay. Ich bin gar nicht so... Das hier ist mein erstes Starbucks-Becher. Und deshalb, den habe ich auch nur bekommen, weil er runtergesetzt war. Ich glaube, der hat 7 Euro gekostet. Ich bin gerade am sterben. Und ich bin am Kampfe, weil ein Level-Elfer in meine Base gelaufen ist. Ich weiße... Ich komme hier nie wieder raus, oder? Nein. Nein, nein, nein. Okay, der hat mich einfach getötet, der Penner. Ja, fühle ich, fühle ich. Aber ich habe es trotzdem gerne. Und auch kein Sirup mit Kaffee geschmeckt. Ich verstehe, was du meinst. Aber für zwischendurch trinke ich es halt. Mal entspannen. Es ist auch ein Mega-Hype in Luxemburg geworden, weißt du. Wir haben das halt nicht so wie in Deutschland. Und deswegen ist das ein Mega-Hype hier. Wie in Deutschland, wie in... Dingens, meine ich. Amerika. Ah, ich bin gestorben. Ah, ich bin gestorben. Nein, ich sterbe. Also ich sage meiner besten Freundin, nimm preis. Ist halt schade, dass wir das hier nicht so haben. Was kann der? Der kann gießen. Ich weiß nicht, ob ich so Hilfe kommen. Und sonst, Misa, wie geht's dir? Im Allgemeinen. Oh. Ja, wenn es nicht klappt, dann sollte es halt nicht klappen. Ich kann mir vorstellen, dass der so schnell ausverkauft ist, weil... Es ist ja dieses chinesische Sternzeichen, glaube ich, ne? Und sie ist halt auch dieses Sternzeichen. Aber ich sage ihr das mit Ebay auch, dass sie da auf Ebay gucken soll. Du kannst ja nicht... Ja, aber umzuziehen bis dahin. Ich überleg's mir. Bruder, was ist denn dein scheiß Problem? Was ist denn dein scheiß Problem? Was ist denn meine Armbrust? Keine Feule mehr. Der Bursut streit. So. Der Burs hat halt Streit gesungen. Bushi. Haa. Bushi. Ich hab ja dich. Mir geht's nicht so gut. Hab so viel Tomatenmark. Du hast so viel Tomatenmark gegessen? Warum isst du denn so viel Tomatenmark? Oh, da soll das was andere bedeuten. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Es soll das... Ja, okay. Ich hab's gecheckt. Beppo, was ist das für ein Geräusch, was ich hier stelle? Hörst du das auch? Nö. Ich hör immer so, so, so ein, ähm, Geräusch. Keine Ahnung, wie wir eine Kiste aufgehen können. Okay. Hand gemacht, Tomaten mit im Bündnis. Ich bitte dann in der... Uff, ja. Uff, ja, ja, ja. Das... Ja. Das kann mal gut aufs Bäuchlein schlagen, ne? Das kann echt gut aufs Bäuchlein schlagen. Ja, aber jetzt hast du Bauchschmerzen. Ist es dir das wert gewesen? Wenn es dir das wert gewesen ist, ist es ja in Ordnung. Na, siehst du. Dann ist es ja gut. Ich sehe mal so aggro werden, ne? Und sofort ihre scheiß Attacken auf uns ballern. Lass mal am Eifer zu chillen. Chill doch mal. Ich habe Angst, wenn ich die nochmal abschieße, dass er stirbt. chill doch mal. Die Leiche schänden vielleicht nicht sofort, aber... Danach, danach. warte, ich knall hier wie viele Bälle auf dieses scheiß Vieh rauf. Ich verprögele das Schäfchen. Ich bin fast so, der darf mich nicht mehr bekommen. Alter, ein für 1000 Bälle auf ihn. Nein! Was? Der hat sich getroffen. Machen! Bleib drücken! Yes! Was wird sie gefahren? Ein Surf-Vent. Sieht aus wie ein blauer Lursch. Das Game gibt es für 26 Euro, glaube ich, in Steam. Ne, Bippo? War es 26 oder 21? Irgendwas im 20er-Dreh. Ja, in jedem Fall unter 30 Euro. Genau. Und, ähm, du wartest, was billiger ist. Dann geh auf Kinguin, da kriegst du jetzt billiger. Ja, Kinguin. Es ist es wirklich wert, also, Beppe und ich hängen jeden Tag hier im Spiel. Wenn man bedenkt, dass heutzutage Leute 80 Euro für ein Game ausgeben, nur weil es gut promotet wurde und hier zahlt man knapps mal unter 30 Euro und das Spiel ist wirklich geil. Ja. Das ist ein Riesengame. Bei Kinguin ist es auch so teuer, sagt sie, Beppe. Ja? Ah gut, ich kaufe sehr oft, ich habe sehr viele Prämien immer. Ich habe gerade hier eine Kuh. Die heißt Mozerina. Ja, die ist geil. Fang sie. Die gibt dir Milch. Ah, Mann. Ich habe ja auch Milch. Ah, Mann, jetzt kommt der Penner auch noch. Nein, ich will die Kuh. Lass meine Kuh. Gönn dir die Kuh. Ich habe die Kuh. Mann, lass mich doch in Ruhe, Bua. Sie gleich Level 10. No. Ich habe die Kuh nur gefangen. Ich habe sie nicht getötet, ich habe sie nur mitgenommen. Aber habt ihr gelesen, wie die Kuh heisst? Die heißt Mozarina. Und ich glaube, der eine heißt bestimmt Mozzarella. Hallo. You can't make those. Hier ist noch eine Kuh. Da ist noch ein Fuchs, Fuchs, Fuchs. Oh, Scheiße. Lauf, Wulfi, lau. Nein, ich habe ja keine Bälle mehr. Ich muss Bälle machen. Ich nehme das Ei gerne mit. Alter, wo war ich denn hier, dass hier plötzlich so geile Pokemons waren? Bronchieri. Bronchieri habe ich schon. Wow. Ich habe eine Kuh. Ich bin auch schon meine erste Scheine. Welchen? Äh, die ausgesätzt wie ein Manta rochen. Ach, ja, ja, ja. Ich weiß, die gibt es auch irgendwo auf einer bestimmten Stelle. Ich muss das echt gucken. Ich glaube, es gibt eine Mädchenkühe. Hier haben wir noch einen Fwag. Noch einen Fwag. Da habe ich einen Dungeon. Ein Fwag. Geh mal hier hoch. Huh. Noch eine Kuh. Oh mein Gott, es ist der, es ist der behinderte Dino. Der Downy Dino. Relaxaurus. Kein Ernst? Relaxaurus? Es ist ein Relaxaurus, Leute. Ein Relaxaurus. Das ist ein Penner. Ich weiß, wenn ich jetzt einen angreife, greift der andere mich auch an. Gucken noch weiter. Kommen wieder zurück zu diesen beiden. Eine Whip Bunny habe ich auch schon. Die Schafe habe ich auch schon. Dann wird sein Dreier. Passt doch. Ach, Mieser. Ach, ach, Mieser. Ach, ach. Hier, mein Schild ist wieder voll da. Eigentlich könnte ich jetzt die behinderten Dinos angreifen. Die Behindos. Sind die noch da, die Behindos? Ach nö, jetzt sind die... Oh mein Gott, da ist ein... Da ist ein Big-Schäfchen. Da ist ein Big-Schäfchen. Ein... Ein... Ein Wully-Pop. Beppo, es ist ein Wully-Pop. Tö. Ein Wully-Pop. Und, glaubst du, heute kommt Marcel noch mal zurück? Hat der gesagt, dass er zurückkommt? Ja, hat der ja nur gesagt, ich gehe kurz bei den anderen. Hat der das gesagt? Ja. Ich hab keinen Plan, der labbert so viel und dann... wurde er nie wieder gesehen. Da, äh, die Jensee, ich sag, wo ich profitiere, weil ich bei dir nur mal spielen, dass ich, ähm, direkt schon Think Better kann, ob ich dann. Weil, äh, weil Ding, Ding ist schon so weit. Ist doch gut. Ich möchte das Schäfchen haben. Gib mir das Schäfchen. Das ist ein Hund. Ich will das Schäfchen haben. Geben Sie mir das Schäfchen. Alter, schieß die auf meinen Wolf. So dummes dir. Alter, wie viele Bälle du einfach auf diese Fischer da ballerst, ne? Es kommt wieder raus. Oh! Oh! Ich hab ihn gefangen. Ist 18.000 Mal süßer als Zucker. Dann wisst ihr Bescheid. Ich hab zwar jetzt nicht den behinderten Dino gefangen, da ist weg. Denkst du, wenn ich den behinderten und nenne, dass sie mich dann blockieren? Ne. So, Alter, das ist ein Drache. Ihr habt jetzt sieben Bette, dann kann ich auch sieben Postsatz. Guck mal, runter, Bruder. Da setze ich den rein. Alter, für wen hältst du dich eigentlich? So, was brauche ich für die... Ich kann nicht nachladen. Technologie, was brauche ich jetzt als nächstes? Ja, den Obstkopf brauche ich definitiv. Ich brauche... Der Vogel lässt mich nicht nachladen. FIFA brauche ich. Mann! Wow! Habt ihr das gesehen? Der kommt wieder raus. Das brauche ich direkt. Ich muss sofort bereit sein mit dem Ball. Oh! Ich hab ihn! Was ist das? Das ist ein Drache. Ich hab einen Drachen gefangen. War ein Wirrm. Okay. Oh ja, warum nicht? Ich hab einen Drachen gefangen. Aber wo sind die Behindernos? Ich wollte echt so ein Behinderno haben. Ich brauch Schutzschild, ich brauch Fell, ich brauch die Glocke. Die waren da unten, ne? Störte. Sind die schon wieder weg? Bessere Schläge. Giftbogenbosch. Wer will Schläge? Nee, ich gucke, was ich jetzt als nächstes baue. Das selbe noch, ja. Ja, sind die einfach weg. Da ist der Behinderno! Kann ich noch ein paar Bälle machen? Nee, natürlich schaffisch. Ich hab nicht schlimm. Headshot! Ich muss sowieso auch noch ein Bett bauen. Lass doch meinen Wolf in Ruhe. mal. Weil er so viele Bälle auf die, ne? das hier bleibt auch hier. Das brauche ich noch. Die Kerne nehme ich raus. Irgendwann bleibt er drin. Hi, Loris! Yes! Ich hab Behinderno gefangen. Der heißt nicht Behinderno, aber... übernimmt die Wolffi kann nicht weiter auf Wolffi. wollte auch nur auf die Reiten. Ach Mann. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich bin einfach 1000 Kilometer weit weg von meiner Base. Loris, wie geht's dir? Ah, ich muss zurück zur Base. Ich hab meine beiden Mains verloren. Sind die tot? Ja. Mein Wolfi. und Nightwing. So, das ist gut. Ah, scheiße, ich hab's gehört. So, ich glaube, jetzt geh ich mal zuerst ein rauchen und dann gehen wir weiter auffarmen. Ich komme richtig gut für und na, ich komme jetzt zurück. Ich sehe mir das mal an, was Beppo da gemacht hat. Ich geh jetzt mal rauchen. Bura, aber was ist sie denn? Das klingt toll. Was ist das für ein Paul? Oh, der nehme ich ja liebend dann gerne mit. Ich nehme dich mit, komm. Oh nein, Marcel ist wieder da. Oh nein, Marcel. Beppo ist rauchen. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin viel zu weit weg. Wo ist meine Base? Ja. Viel zu weit weg. Bisschen Scheiß echt jetzt. Ja, clever. Hm. 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 Du machst heute bestimmt wieder bis oben, etwa. Ja. Ich geh jetzt noch eine Runde mit Dobby und dein Meich. Ja, ja, Bubu. Ich hab letzte Nacht einfach nur, keine Ahnung, gleich schon gepennt oder so. Ah, du gehst schon schlafen? Ja. Ich bin gestern oder heute morgen erst um halb vier eingepennt gefühlt. Ah, du weißt schon, du bist wieder wach. Und dann hab ich auch noch verpennt, ich hab meine Wecke ausgemacht und der Dobby, der hat mich heute morgen wach gemacht, der ist auf mich rausgesprungen quasi. Ja, dann wurde ich natürlich wach, hab auf die Uhr geguckt, halb zehn. Ich so, oh, ich so. Ja. Und wie viel Uhr fängst du an zu arbeiten? Um elf, aber ich fahr um zehn eigentlich immer los. Ach so, ja, aber das geht doch. Ja. Mit duschen und alles, also ich war oben, ich bin halt eine S-Bahn wieder gefahren, also da hat sich dieser Streik schon ein bisschen gelohnt, sag ich jetzt mal. Stimmt, das ist ja dieser Blödsinn wieder. Ja, weil die S-Bahn fährt ja nur alle 20 Minuten. Mhm. Und ja, anstatt um fünf nach zehn bin ich halt um 20 nach zehn gefahren. Ja. Und dementsprechend hatte ich ein bisschen mehr Zeit, ich konnte noch mal eine schnelle Runde mit Dobby gehen. Ja. Ja, aber du warst ja bei Zeiten da. Ja, ja, ich war um fünf vor elf war ich auf Arbeit. Ja, siehst du, das ist ja das Wichtigste. Ja. Was ist das Wichtigste? Aber ich bin trotzdem so knülle heute den ganzen Tag schon und äh... Ich auch, aber ich hab halt keine Lust schlafen mehr. Mhm. Also keine Lust. Schlafen hab ich auch nie. Ja, ich bin einfach... Ja. Ja, seitdem ich Dobby hab, kann ich halt nicht mehr auspennen. So und das merkt mein Körper so und... Das ist normal, wenn man sich ein Tier nimmt. Ja, ich weiß. Das war mir auch bewusst, dass ich dann nicht mehr auspennen kann. Außer ich steh auf, geh mit ihm in die Runde, geb ihm Futter und dann lege ich mich nochmal hin. Aber ist ja auch dämlich. Ja, das klingt ja auch nix. Ja, das klingt ja auch nix. Und dann geht er schlafen. Ja, er pennt ja die ganze Zeit, aber dann... Ja, geht er nicht schlafen. Ich weiß auch nicht, wie lange heute bei mir, weil... Ich bin schon müde. Also ich merk's. Ich merk's echt. Na, glaub ich. Mir ist doch mega schlecht und ich hab ultra krass Bauchschmerzen, deswegen ich... Weiß es nicht. Dann hast du denn schon was gegessen? Ja. Aber ich weiß auch nicht, was mit mir los ist heute. Also... War schon den ganzen Tag so. Deswegen... Alter, guck dir das an. Ich hab hier nen Loot für ein Jahr. Dann drück ich mal die Daumen, dass es morgen besser ist. Oh, es muss, weil wir gehen einkaufen und alles. Also... No. Ich hab keine Wahl. Ich hab keine Wahl. Ah, ähm, Pixel, danke für den Lurk. Ich krieg gar nix mehr mit. Mhm. Ständig hin und her gucken. Wartest du noch auf Beppo oder wartest du nicht auf Beppo? Äh. Okay, mit Tobi jetzt und dann. Okay. Äh. Ich hab Zuckerwatte gefunden. What the fuck. Wir machen nicht mehr so lange. Mach nicht mehr so dolle. Naja. Viel Spaß noch. Mhm. Danke. Schlaf gut. Ja, heute auch später irgendwann. Jo. Bis dann. Alles gleich hin. Ciao, ciao. Gibt, Alter. Das ist ein Herz. ich bin wieder da Marcel war gerade da jetzt ist er schon wieder weg was das denn er geht schlafen muss ja wieder arbeiten ja er ist müde mein Charakter ist wieder hungrig Gott so dank habe ich euer rohe doch die rohe naja kann ich essen aber ich habe ein Herz gefunden wie ein Herz ich habe ein Herz aus dem Paul rausgenommen ah ja das habe ich auch schon ekelhaft so ekelhaft einfach nur jetzt pennen die hier alle so gucken wir mal das flicken wir das muss ich auch flicken so das nächste was ich bauen muss ist unbedingt wieder den Holzfällerlager und Stein das heißt ich brauche sehr viel Holz gehen wir auf Holzjagd aber ich merke wenn man sich im Spiel auskennt es geht so schnell alles ja weißt du noch am Anfang habe ich dich alles fragen müssen und hier und da also ich weiß die erste Stunde war ich nicht so schnell wie jetzt mit dem Bauern und alle ich schon gar nicht ich habe tausend Fragen gestellt ich glaube ich muss ein paar Kisten beibauen mach doch die dicke hast du hast du noch nicht die dicke freigeschalt oh mein Gott gut dass du es mir sagst ich habe ich habe Punkte zehn Stück welche dicke die dicke Kiste weil du hast viel mehr Platz drin da brauchst du nicht so viele kleine Eisentruhe ja ich habe sie jetzt freigeschalten Mühle Weizenfeld jetzt kommen jetzt jetzt kommt gleich die jetzt kommt gleich das Stein Stein bei mir Ah kein Wunder wenn ich das falsche Wechsel für fürs aufbauen nehme ich denke wie ich so brauche ich so lange für einen Bauben zu fällen ich habe die Spitzhacke Clever Beppe ich glaube ich baue ich mache so wie du ich baue jetzt eine Kiste das ist gut zwei Brotstationen zu bringen ja weil du hast ja immer mehr als ein Ei eigentlich ihr habt gar nichts gemacht über was das freut ihr euch ich nehme mal das und das und dann das und dann das so entschuldigung so ich muss die vielleicht neu einsortieren das hat auch gar nichts da verloren wer ist das das ist bestimmt der blöde Pinguin dafür mache ich auch eine eigene Kiste weil so bei mir ist auch ganz viel einfach nur aufräumen ich habe Zuckerwatte dein Plan warum und dann Boah, das sieht richtig scheiße aus. Na? Oh, ich bin so dumm. Also, ein dummes Stück einfach nur. Was hast du gemacht? Ich habe aus Versehen alles kaputt gemacht. Ach man, ich bin so scheiße dumm. Ich wollte nur den Ofen wegmachen, weißt du? Ja. Weil ich da Kisten hinmachen will. Und dann habe ich aus Versehen alles weggemacht. Ich stelle den hier in die Ecke. Sehr schön. Jetzt haben wir mal das Lager, für das die Hühner und die Wolle geerntet werden kann. Nee, wir haben... Okay, Überfall. Überfall. Ja, Überfall auch bei mir. Überfall. Jeder auf seine Position. Man ist da so voll drin, ne? Greifen sie dich an oder mich? Äh, bei mir kommen welche. Scheiße. Und bei dir? Äh, siehst du schon irgendwas bei dir? Warte. Nee, sie greifen dich an. Doch, nee. Nee, ich sehe die bei dir. Scheiße, kriegst du es hin oder soll ich kommen? Äh, die hängen oben am Berg fest. Dann? Äh, noch nichts. Also, es passiert nichts. Hast du Poles zum... Also, zum... Ja, ja, ich habe sieben Poles hier im Lager. Okay, okay, okay. Ich bin nicht weit weg, also, wenn was ist. Also, das Problem ist, die Musik geht halt nicht weg, bis die, ähm... Weg sind. Dein Stream bleibt immer hängen bei mir, das ist das Problem. Ich habe den eigentlich laufen die ganze Zeit. Ja, jetzt sehe ich. Du bist dabei, Essen zu setzen? Ja. Die laufen jetzt mal den Berg runter weiter. Keine Ahnung. Ich glaube, die brauchen noch eine halbe Stunde, bis sie mal Bäume... Ich glaube, ich baue noch ein paar Böttern zusätzlich. Oh, die sind weg. Ich habe den Weg... Ja, Böppu! Die fanden den Weg nicht zu mir. Du hast sie in die Schlucht... In die Flucht geschlagen. Ich glaube, die hat dann einfach keinen Bock mehr. Ja, die Glocke muss ich montieren. Das ist wichtig. Die Alarmglocke. 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 Ich habe einfach eine Zuckerwatte gefunden. Ja, da freust du dich. Ich hoffe, niemand macht jetzt wieder meine Kisten. Rezept. Wir machen uns Grillspieße. So, wo ist mein Fuchs? Komm, hilf mir beim Kochen. Also ich muss meine Brille putzen, lieber Chip. Also wenn du deine Pals regelmäßig auswechselst, dann geht's. Dann wird niemand depressiv. Und ich koche sie nicht, Bepo. Ich packe sie in die Box. So, dann wird hier noch gekocht. Ist es Monique überhaupt? So, dann geht's. So, das hatten wir dann auch gemacht. Ich glaube, ich baue mir jetzt den Bogen mal. Sehr schön. Und wir bräuchten eventuell noch... Habe ich das Verteidiger-Modul schon gebaut? Ne, das habe ich noch nicht. Das bräuchte ich noch. So, damit ich wieder den Durchblick hier habe. So, das ist auch sehr gut. Wir haben sieben Bette. Das genügt nicht. Ich baue hier noch die Terrasse etwas weiter. So, dann ist die Terrasse erweitert. Und baue hier noch ein paar Bettchen auf. Sehr schön. Wie, nicht genügend Mathe? Ah, ich muss wieder Holz abbauen. Jungs, baut ihr das fertig. Ich lege euch noch einen neuen Mitspieler rein. Ich glaube, ich lege euch noch ein Eierleger rein. Dann habt ihr halt sehr viel Eier zum Essen. Dass das grüne Lim-Lim-Fang-Lieb-Funk, das macht Medizin, ne? Ja. Das ist auch schon, oder? Ja, weil die Sache ist, ich habe eins in Shiny und ich frage mich, ob der das jetzt macht. Ja, der macht das, der macht das. Und es gibt ein anderer Paul, der ist besser. Das ist diese komische Hexe, die ich im letzten Stream gefangen hatte. Ah, Catrice. Catrice, ja. Ja. Die Hartmedizin plus zwei. Okay. Dann hoffe ich, dass du das machst, weil momentan hackt er Holz. Hier ist ein Ei. Boah. Nein, danke. Ich habe zu danken behalten. Oh, ein Foxbox. Okay. Und ein Capreti. Oh, ihr seid so dumm! Jetzt gehen die hier alles reinpacken in die Kiste. Ach, Mann. Das ist die Eierkiste. Dafür habe ich einen Raum, wo ich die Kisten verschließe, wo sie nicht reingehen können. Die sind so dumm. Die sind so dumm. Gar kein, gar kein Dingens von Organisation. Organisation, ey, muss sein. Sonst Untergang. Macht der das jetzt? Nee, der macht das immer noch nicht. Kommst du mal bitte her? Dick, schmeiß dich jetzt einfach zu der Medizin. Machst du das? Hier. Mir wurde gesagt, du machst Medizin. Dann mach das. Mach der Medizin. Guck mal, lieber. Du siehst das ja in seinen... Was ist denn das Zeichen für Medizin? Äh, diese Schüssel mit, äh, also dieser, ähm, Grinder. Ja, steht bei mir. Ja, dann mach der nicht. Vielleicht ist er gerade zickig, keine Ahnung. Ja. Hatten ein paar Srede. Da steht doch, er arbeitet langsam. Ja. Ja, es geht auch für ihn in den Entsafter. Mir egal, ob er ein Shiny ist, wa? Er fühlt sich besonders. Hm. Wie viele Pfeile hab ich noch? 1100. Sind meine Pals wieder in Ordnung? Ja. So. Gehen wir wieder zurück ins Lager. 164 Bären. Äh. Der L schreitet einfach über mich. So. Ich baue Hinderinung. So. So. Hab ich jetzt genug für das, äh, Ding zu bauen? oh ja ich glaube ich werde zuerst stein montieren weil steine gibt es hier in meiner gegend sehr sehr wenig ich bin zu stark und ich check das die mir helfen leute der muss sich nicht mal angreifen ein verein vom ball auf so netz so eine 2 level 2 schmeißen komm rein komm rein mein schatz ja jetzt knall ich einmal auf dich und dann bist du tot bleibt stehen level 10 warum level zu so schnell weil ich weiß was ich machen muss ich lebe nicht mal so schnell ich bin wieder hungrig scheiße gut dann bauen wir ein bisschen zu stark mittlerweile so nächstes level heißt auch mehr gewicht tragen und was schalten wir bei der technologie frei dreischussbogen das wäre gut den hochofen und definitiv Nägel brauchen wir auch wären voll scheiß die stoff bauwerk brauchen wir auch das ist noch wichtig das rutscht jetzt anfangen kann ich die stadt bauwerk brauchen nicht nicht genug ich brauche viel mehr leute die sachen abtransportieren lassen wir alles rumliegen 32 wohl stimmt ich muss noch ein bett bauen habe ich noch genug bauwerk brauchen wir ein bett auf ich möchte das bett so in die richtung so haben wir ein bett so haben wir ein bett so haben wir ein bett nicht bauen aber das ist nicht schlimm habe ich den bogen jetzt ausgerüstet aber ich habe keine pfeile das ist schlecht ich könnte das hier bauen bringen wir das plingeling ah du bist bei mir ich gehe gucken bin einfach mit dem wolf reingegangen er hat sich aber die pfoten abgewischt das ist meine terrasse ja ich sehe brutal du hast gut dabei weil ich nur am jagen bin dass das ist gemacht dann bauen wir noch ein paar sphären wie viel stück ich mache in drei stücken oh mein gott ich bin so dumm falscher knopf ich kann zwei was wird das denn wie ein schuss was ich habe gesehen wie du daneben was ich weiß nicht von was du redest man ich weiß nicht von was sie reden junger man ich treff jeden schuss so dann heißen wir mal richtung das problem ist ich brauche ein paar in saft da ich bin zu stark und ich bin voll komplett overkill ah das sind die katzen ich brauche noch ein paar kätzchen bei mir bei mir sind auch noch katzen wenn du welche wollen hey lauf nicht weg nein wieso stirbst du beppo kleiner tipp den ich gelernt habe wenn du auf sie schießt mit den ball ballons also mit dem ballon mit den bällen wenn sie dir den rücken zudrehen ja du kriegst eine bessere chance das weiß ich finde ich richtig ekelhaft schön von hinten und du kriegst auch einen bonus wenn sie schlafen oder betrugt sind durch strom oder so was oder wenn sie vergiftet sind kriegst du auch noch einen bonus verbrannt auch und wenn du weißt du noch wenn das mit dem weg gestern war nun gute frage ich habe das nicht geklickt nix deswegen ich kann mal gucken wann mir jemand gefolgt ist er ist mir gegen 0.27 gefolgt das heißt es wird um den dreh gewesen sein ich habe das halt gar nicht ich habe da gar nicht so drauf ich habe das so realisiert ich habe nur gesehen dass wieder jemand heute was geklippt hat und ich habe echt Angst dass das Luke war weil Luke klippt immer so richtig ungut videos von mir immer wenn ich mich über krass erschrecke hat Luke ein Ding ins gemacht ja genau das hat er auch jetzt gemacht ach man Luke mit seinen mit seinen wunderschönen clips von mir ja ist noch doch ich weiß dass du da bist Luke du hörst mich wenn er schläft bekommst du mehr Bippo ja wenn du dann noch von hinten nimmst dann kriegst du noch extra bonus oh mein Gott das hast du nicht gesehen Bippo oh ich habe ihn von hinten genommen im schlaf und er kommt raus nein Wulfi Wulfi okay sie hat ihn getötet ach Wulfi Schneckchen ich habe mich irgendwie in einen Felsen festgebackt was macht Wulfi denn da ja ja darauf sauer zu sein und jetzt BÄM Wulfi nein WUH BUH 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 Gibt's hier nicht so was wie ein Shiny? Nö. Nö. Was pennt ihr denn alle hier? Ich muss gleich mein Dingens ersetzen. Mein Hirsch. Entschuldigung. Mein Hirsch. Der Hirsch. Ja, Wulfi. Nee, Wulfi nimmt das gar nicht ernst. Er killt einfach all die Leute. Schau dir, Wulfi nimmt das gar nicht ernst. Er weiß, dass wir eine Mission haben und er nimmt sie nicht ernst. Er nimmt sie nicht ernst. Oha. Den Sattel mache ich ja sofort. Okay. Alter. Ich bin ja richtig, also da ist Bepo. Bepo baut darum sein Leben. Alpaka. King Paka will ich auch haben. Mhm. Den hat Bepo. Azurub. Da konnte ich noch das Dingens. Ich find's halt doof, dass du nix markieren kannst. Marki... 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 Bero. Bero... 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 Vielen Dank. Ich höre einfach hier so ein Tier schnarchen. Level 31, ja, da gehe ich ran. Allein. Du wusstest gar nicht in deinem Lager, oder? Nein, nein, ich bin unterwegs. Wer muss unterwegs heute? Sagt allen hier, ich bin unterwegs. Bruder, ich muss los. Gibt so viel Neue zu sehen. Oh, wie viele Legendäre du hast, ne? Sag allen hier, ich bin unterwegs. Lass sie denen mal hinschrehen. Die Sonne, sie strahlt. Ich bin unterwegs. Ich wäre halt froh, diese hier zu bekommen. Weil ich möchte die alle gerne entpollen. Bruder. Nein, nein, Wulfi. Ach, Wulfi. Ach, Wulfi. Wulfi ist gewalttätig. Wulfi ist viel zu stark. Er fetzt die weg, Mann. Mann, nimm mir jetzt den Ball. Und dann guckst du mich noch so frech an dabei, ne? Du dicke Kolle. Wulfi ist viel zu sehen. Komm, werde ich nicht depresso. Lass deine Depression freien Lauf. Hoppy. Gotcha. Was ist denn das? Ein Huckratz. Das finde ich auch gut. Feuer-Pokémon im Wasser. Ja, kannst du mitnehmen, danke. Nein, es ist ein halb angegessener Cheeseburger drin, wenn du willst. Nö, aber du kannst ihn gerne essen, wenn du willst. Hoi, Kevin. Beppo sagt, hi, Kevin. Hallo, er ist schon weg. Alter, was geht denn hier mit den Pingu's ab? Kampf der Pingu's. Bitte lassen Sie mich raus. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Halt, stopp. Bitte helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Was ist denn mit Carsten los? Mann, was ist denn mit euch? Ich wollte gerade dasselbe zu den Tieren hier sagen. Was ist denn mit euch los? Oh, die bleiben drin. Aber du kannst mir erzählen, was du willst. Damals bei dem Dreh, der Typ hat sich echt weh getan. Woher er sich so auf den Stuhl geworfen hat. Warum hat er das überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Ich habe mich auch gefragt, was mit Carsten los ist. Dass er sich da einfach so raufgeworfen hat. Einfach auf den Stuhl geworfen. Echt? Das muss doch echt weh getan. Und warum ist er da hingelaufen? Ich habe so viele Fragen und so wenig Antworten. Das war der Plot-Twist für die nächste Folge. War denn jemals die nächste Folge da? Glaube ich nicht. Carsten hat sich halt echt weh getan wahrscheinlich. Carsten musste mal eine Woche ins Krankenhaus. Was ist denn mit Carsten los? Bruder. Warum geht denn der Ball jetzt nicht auf dich rauf? Du, ey, der Stinkstiefel stirb jetzt, weil du nicht den Ball kriegst. Was mache ich denn falsch, wenn der Ball immer abprallt? Da kommt, hat der. Dann kannst du ihn nicht von vorne nehmen. Dann musst du ihn von hinten nehmen. Ich kann ihn nicht von vorne nehmen. Nee. Aber ich wollte den jetzt von vorne nehmen. Computer sagt nein. Dann nehme ich ihn halt seitlich. Nein, Wulfi! So. Dann bauen wir ihn hier. Oh mein Gott, Bua. Du hast schon wieder Hunger. 85 Prozent, denn er bleibt nicht in der scheiß Box da drin. Der wär zisch. Dann ist mein Wulf auch noch hungrig. So, ich baue jetzt noch ein paar Sch... Bauen wir hier das Holzlager. Ich und mein Holz. Wie das jetzt passt. Also, desto mehr du Pols fängst, desto schneller levelst du. Ja. Ich fang hier mich hier nur noch aus Idioterie, einen nach dem anderen. Du guckst mich doch gar nicht an. Wie kannst du mich blockieren? Der hat der Ultra Instinkt. Nein! Oh Gott, er ist so stark, ne? Wulfi. Jetzt läuft er weg. Hahaha. Meine. Meine. Oh Mann. Du kannst laufen, aber du kannst nicht von mir fliehen. So, mein Lieben. Könnt ihr hier schön Holz hocken und Steine für mich abbauchen. Ihr könnt nicht von mir fliehen. Ich werde euch finden. Egal, wo ihr euch versteckt. Ich werde euch suchen. Ich werde euch finden. Ich werde euch fangen. Klingt schon ein bisschen sadistisch, aber... So, das ist gut. Das ist gut. Hast du schon mal versucht, einfach einen Ball auf die zu schmeißen? Auf wen? Auf die Pols. Weil mir... Ich fange jetzt echt viele Pols und ich greife sie nicht mehr an. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Ich will ein Dingens. Und ich habe nicht getroffen. Und ich habe wieder nicht getroffen. Warum bleibst du denn nicht drinnen, junger Mann? So, jetzt werden die nächsten Betten aufgebaut. Dankeschön. Oh mein Gott. Pol-Ausrüstung müsste ich bauen. Boom. Boom. Ich werfe einen Ball. Oh, jetzt habe ich den blöden Pinguin. Mann, ich wollte aber den Dingens haben. Hör doch jetzt auf. Dankeschön. Jetzt kommen die Elsche. Ja, so einen muss ich auch noch fangen gehen. Jetzt den Elsch. Weil die sind gut für den Abbau von Holzen. Die brechen sich ständig das Genick. Deswegen brauchst du immer einen neuen. Ja, okay. Die fange ich besser so. Nein, komm her, Wolfi. So. Das hätten wir dann auch. Bauen wir noch... Alter, der Pinguin fickt mich einfach so von rechts. Zwei Bette. Das ist gut. Das ist gut. Auf den Arsch. Auf den Arsch. Auf den Arsch. So, Leute. Jetzt kann ich noch zwei von euch anheuern. Norbert, ich habe zwei Stück gefangen. Ich mag es, all meine Sphären zu verschießen. Guckt euch an, wie er wegläuft, die kleine Ratte. Der Efe-Land ist sauer. Der Efe-Land ist sauer. Jetzt sind alle sauer auf mich. Jetzt sind alle sauer auf mich. Bleib einfach in dem scheiß Ball. Das ist ein schöner Ball. Die Statue muss ich bauen, richtig. Die Statue baue ich hier hin. Ihr geht mir echt auf die Nerven, ihr beiden, wisst ihr das? Aber jetzt gebe ich dir eine und du bist weg. Guck. Ganzen Scheiß umsonst. Ganzen Scheiß umsonst. Als habe ich nur einen. Und der andere ist tot. Oje, oje. Oje, oje. Der eine ist tot. Der andere sitzt mit mir in einem Boot. Oh, Beppo. Ja. Ja, aber es ist so. Komm, du musst mitmachen. Nee. Ich habe den einen getötet. Und ich werde seinen Pelz jetzt löten. Weil nötigen klingt ein bisschen so, als würde ich den Pelz vergewaltigen, weißt du. Da ist ein kleiner Fuchs. Den nehme ich mit. Hatzfutz. Da kommt er wieder raus. Warum macht er dieses kleine Augenschmaus? Ohne großen Krawall. Mai, o mai, o mai. Ich bin heute wieder ein ganzes Buch voller Gedichte. Du magst doch den Ball. Du magst doch den Ball. Ich will ein Shiny. Ein Shiny Feiny. Ein großes, kleines, bitterböses Shiny. Da ist wieder so ein Dingens. Ich habe es erschossen. Scheiße. Ich habe das falsche Knöpfchen gedrückt. Und jetzt ist er tot. So. Jetzt rösen wir mal weiter. Ich gehe den hier mal aktivieren. Mann, ich kann dich aber nicht abschießen, weil das Problem ist, du wirst sofort sterben. Guck. Er ist fast gestorben. Ich habe ihn fast getötet. Hör doch auf. Mann, bleib in dem scheiß Öl drin. Fangenwahrscheinlichkeit 98% und dieses kleine Stück Scheiße kommt wieder raus. Pippo, das Spiel macht mich aggressiv. Er will echt nicht da drin bleiben. Da ist wieder einer. Das war schlecht. Oh. Yee. 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 Eingetütet. Und wir gehen mal zurück zu Beppe. Ja, ich habe keinen Ball. Ist nicht schlimm. Ich hätte von Wilder umgegriffen. Komm, Foxy. Ich greife an. Es geht hier ab bei Beppo. Ich sehe, dass bei Beppo sehr viel Wolle liegt. Beppo, hast du irgendwie so einen Wollplan hier, oder? Ja. Ich werde Teppichhändler. Ich werde Teppichhändler. Ach Mann. Beppo wird Teppichhändler. Ich werde Teppichhändler. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer was macht? Der Blaue, guck was der macht Er ist verwirrt, es ist so viel Es ist so viel zum Tragen, guck Meine machen das auch Wo ist deine Kiste? Meine Kiste ist direkt Direkt neben der Werkbank Okay, ich packe das da rein Pack ich dir die ganze Wolle rein Mach dir auch die Steine und so rein Hier Dann kannst du das auch alles nutzen Ja, jetzt hat er sich wieder beruhigt Zu viel Arbeit, Überforderung Ja Brauchst du erst später Bei meiner Base Ich nehm ihn trotzdem mit Bei meiner alten Base Ja, also bei einem Anderen Account, da brauche ich Strom Mittlerweile Ich muss mal zu meinen wieder zurück Na ja, hab ihn mal mitgenommen Ich level ja auch wie eine Bekloppte Dadurch, deswegen Oh man, jetzt fängt die wieder an Mit seiner Wolle Wenn wir die Leute werden jetzt in jedem Stream Wolfwie schreien Na, jetzt bist du tot Hab ich dir das denn jetzt gebracht Oh, manche Schüsse sind aber auch bodenlos von mir Nein, meine Spitzhocke ist kaputt So, ich hab auch nur so einen Gumus gefangen Der, 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 der Spuckt Hier ist noch ein Hirsch Da sind sehr viele Hirsche Hier ist noch ein Lama Patze Patze Werden diese beiden Bases Dann jetzt immer beieinander Also immer da sein? Ja Auch wenn ich mich jetzt einlogge Allein oder du Der Maro ist hier Weil wir jetzt auf dem selben Server sind Ja Okay Okay Das ist aber cool Gesundheit Also 91% Der Penner kommt raus Kann er nicht ernähren Das ist so Der Gönnt niemand sich ein Päuschen Bewegt deinen Arsch in den Ball rein Bewegt deinen Arsch in diesen Ball rein Oh, mein Pokémon Das natzt die immer so brutal weg Ja Miau Miau Und nochmal Miau Hi Und alles Gute Danke, danke, danke Vielmals Und hi Llelelelele Chill mal Okay, der ist drin Morgen gehe ich wieder zu meiner Physiotherapeutin Der ist drin Level 22 Alter, ich habe schon 5 Level gemacht Seit ich angefangen habe heute Ich bin bei 10 Level Hi John Wie geht's euch? Huf Aber es ist viel einfacher halt so zu leveln Was ist mir aufgefallen Ich fange halt wirklich alles Was mir vor Vor die Schnauze Vor meinem Wulfi kommt Ja, mir geht's ganz gut Ja, ja Ich habe nicht viel geschlafen Ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs Und Sonst geht's mir gut Ich bin froh Ehrlich gesagt Wenn ich heute schlafen gehe Ich bin hardcore Hardcore müde Wie geht's dir? Wie geht's euch? Auch ganz gut kam gerade von Alpenkevin oder so Okay Was spielt der denn? Was macht der? Was sagt der? Alpenkevin Der spielt jetzt ein Video von einem Creator Den ich eher nicht so feier Sag mal Von wem denn? Wen feierst du denn nicht so? Es war ja hoffentlich nicht von mir Meinungsberater Achso Ist das dieser Alpenkevin Ich wollte eigentlich einen Ball auf den werfen Irgendwo Den finde ich mir Achso, okay Ach, Alpenkevin Ja, ja Ich habe meine eigene Meinung zu Alpenkevin Der sollte sich mal ein bisschen mehr um seine eigenen Sachen kümmern Ja Die beiden sollten sich mal ein bisschen mehr um ihre eigenen Sachen kümmern Da war ja auch die Sache Wo Alpenkevin sich ja dann einmischen musste Wegen Shoyoka Und ähm, ja Ja, ja Wir kriege Also ich kriege alles mit Alter, mein Hähnchen nicht angehalten Yes Ich habe doch Holz gesammelt Kuchen, der war Kuchen, der war Sie sollen einfach aufhören Sie sollen einfach Sie sollen sie in Ruhe lassen Sie soll die Backe halten Und fertig ist Anstatt dass da immer noch weiter und weiter und weiter und weiter und weiter drauf rum Geritten wird Irgendwann muss der Klügere nachgeben Herzlich Nee, es gibt keine Klügerin da Und das ist das Problem Weil niemand will nachgeben Er ist Er fühlt sich irgendwie angepisst Dann fühlt sie sich wieder angepisst Dann fühlt wieder Dann kommt wieder Munte, der sich angepollt Piss fühlt, dann statt dass sie einfach chillaxen Und jeder macht sein Leben wie er will Und gut ist Oder seht jemand das anders Du willst nicht drin bleiben, ne, Benjamin Oh nein Fängst du zwei Benjamin Du kleiner Bebo, Bebo Wo, welcher, wer, wer Ich bin da Ich bin Bebo, die kommt Bebo, ich glaube die gehen in meine Base Kommt die bei dir? Oder kommen die zu dir? Ich geh mal gucken nach außen Ne, die kommen zu dir glaube ich, oder? Die kommen runter Warte, warte, ich gucke gerade Das hier Sie kommen Ah, die sind schon wieder auf dem Berg Gucken das einfach an, ne, ne Also dieser Bluggerbiech bringt hier an Und kommen sie an, ne Ja, aber sie müssen aufhören Also es tut mir leid Es geht ja auch mittlerweile um die Gesundheit von Chiyoka, ne Die mentale Gesundheit Irgendwann muss aufhören Ja Ich glaube nicht, dass Twitch das Ich glaube, interessiert, wenn ich darüber rede Aber Stimmt Ein bestimmter Blogger Soll sich mal ein bisschen beruhigen Sagen wir es so Bebo, die kommen runter Ja, sie müssen das Thema jetzt irgendwann mal zur Seite legen Und fertig ist Wie gesagt, weil es bringt niemandem was Dieses ganze Scheiß-Thema Seit einem Jahr Ständig aufzurollen Es muss irgendwann mal aufhören Bebo, kommen die runter? Nö, die chillen wieder oben Ich glaube, ich habe den perfekten Spot Die finden nie den Weg zu mir Die Sache ist halt momentan Der Klügere gibt nach Und bei ihnen ist halt niemand der Klügere momentan Deswegen wird auch niemand nachgeben Bebo, sie sind in Alarmbereitschaft Wen schießen sie denn jetzt an? Ah, den Penguin Bebo, du hast sie sauer gemacht Ja Ja, wird er auch nicht tun Solange er da was rauszieht Wird er Wird er schön Weitermachen Weil er hat es ja selbst gesagt Ihm bringt das Kohle Warum soll er aufhören? Gucken, du ist halt so ein Mensch Gucken, du ist halt so ein Mensch Das ist ein Fixie Ich habe es tot gemacht Das Fixie? Ja, ich habe es tot gemacht Ich wollte es eigentlich fangen Oh, Bipper, wir haben alle gegen uns zurückgeschlagen Wow Trauen sich nicht Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben Aber ja, wir haben es gemacht Ich gehe mal zu meinen Schnuckelis Rümer Da brennt die Basis Da ist keine Basis mehr da Ich habe die jetzt echt lange alleine genommen Seid öfter, seine Frau holt sich ja aus Er hätte Er muss ein bisschen überlegen Was er da so redet Hebe ich dir vollkommen recht Hebe ich dir vollkommen recht So, ich werde jetzt was machen Nehmt es mir nicht übel Ich muss jetzt ein paar Pols entsaften Du hast gesagt, die Pols, die arbeiten Die sind nicht drin, ne? Mhm Okay Es werden ein paar Pols hier entsaftet Und ja Ja, es gibt eine Funktion hier im Spiel Wo man halt andere Pols fängt Und die macht man dann so in der Maschine Und dann werden die So Pudding verarbeiten Entsaftet Genau Damit dein Pol dann stärker wird Kriegst du Ja Es klingt schrecklich Es klingt wirklich echt schrecklich Beppo macht das schon als Zeitvertreib Guten Pols Movie Wie John sagt Die Entsaftung ist bestimmt nicht angenehm Weiß ich jetzt nicht Ich glaube nicht Ich glaube nicht Ein leckerer Smoothie Aber ich habe jetzt ein richtig starkes Cremes Zum Beispiel der da Da ist jetzt mehr gestärkt Das ist jetzt eine Maschine Weil der hat jetzt die anderen Pols in sich aufgenommen Also mehr so wie Orangenpressen Ich weiß es nicht Ich will es auch nicht sehen Ich bin glücklich Dass wir nicht sehen Was passiert in dieser Polspresse Ich hoffe nur Dass sie nicht zusammen Gedrückt werden Wie eine Orange Ach man Die haben wieder alles Durcheinander gemacht Ich muss wieder Holz sammeln gehen Hast du kannst? Ich gehe nuns der Pols sammeln Ja dann sag doch was Dann mache ich es auch Weil ich renne ja eh die ganze Zeit umher Stimmt Ich habe hier noch Holz vom Elsch Alles hat mir schon Die wollen Ja Die Sache was mich extrem stört ist Ich Meine Kissen sind sortiert Und die Pols Stecken aber einfach irgendwo Alles rein Das nervt mich übertrieben Das nervt mich Malte 24 Wie viele Pols habe ich hin auseinandergenommen Ich habe 20 Säfte Also das behalten wir Das ist Essen Essen Das müssen wir ganz schnell kochen Keine Ahnung wo ich Zuckerwatte her habe Das ist auch Essen Wo sind denn diese blauen Dinger? Wo sind denn die Seelen? Da Und jetzt gehen wir sehr schnell Dieses Fleisch hier kochen Sonst verkommt das Hast du keinen Kühlschrank? Doch aber ich Ich koche lieber Sofort Ja aber das mit den Kisten Müsste besser gemacht sein Ja aber ich kann es mir nicht Muss ich wissen, äh, B-O-T-W, was das heißt? Beppe, was für ein Spiel ist das? What's Up The World. Ah, Zelda. Ja. Ah, ich hab das Zelda nicht gespielt. Schade, da sowas war. Ah, ich weiß, mein Papa hat's gespielt. Das weiß ich. Aber ich glaube, ich weiß nicht einmal, ob er es echt, ehrlich gesagt, fertig gespielt hat. Das müsste ich mein Papa halt fragen. Ja, Zelda ist leider Gottes nicht so meins. Schwimmdisch. Ah. Damals, als mein Papa das immer gezockt hat, er hat halt immer so, ähm, Lara Croft gespielt. Zelda. Oder, ähm, Star Wars. Aber das waren auch die Star Wars-Dinger von früher. Und ganz von früher. Ja. Ne, ich weiß es nicht. Zelda hat mich nicht so. Also, ich hab's schon oft angefangen zu spielen, aber... Es hat mich leider nicht so... Aber ich find's super für jeden, der, der es halt... Also, der sich damit amüsiert. Das hier ist auch so nervig, an der Werkbank zu stehen und X zu drücken. Wieso baust du Schraubens hier? Hm, das ist ein Reparatur-Set, um die Sachen zu reparieren, die kaputt sind im Lager. Ja, geht bei dir Sachen kaputt. Äh, hier, Beppo, guck. Warte. Sogar mein Ding ist es kaputt. Guck, Reparatur-Set unten. Nö. Ist wieder da. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Bei mir wird alles... Alles stetig kontrolliert. Wir können nur funktionieren als eine Einheit, wenn alles in einem super-duper Zustand ist. Anders können wir nicht funktionieren. Der ist auch noch ganz. Ich glaub, die Bette fangen an, kaputt zu gehen. Oh, Dino. Bette ist auch noch ganz. Oh, jetzt hat er mich einfach platt gewälzt, ne? Wieso ist da ein Depresso hier draußen? Der ist immer draußen. Ich weiß nicht, wie der ausbüxt. Der büxt immer aus. Ich weiß nicht, was er macht. Ich schmeiß den immer wieder rein. Das ist so ein Penner. Ist das schon wieder draußen? Ja. Mann. Was machst du hier? Ja. Ich muss immer die Ausnahme sein. Ich muss immer die Ausnahme sein. Ich verstehe nicht, warum der Buhr... Gehst du da rein? Warum der hier mal auskommt. Ich geh nicht so gern mit dem Flow. Ich geh immer gerne gegen den Flow. Guck, ich kann jetzt hier nichts mehr jagen, weil Beppo mir alles weggeschossen hat. Stimmt nicht. Nee. Beppo hat mir alles weggeschossen, ja. Wir sind eine Allianz. Hast du gesehen, wie ich unsere Allianz genannt habe? Nee. Die Hamstis? Was? Ich schluss. Wie sollen wir uns sonst nennen? Die Luxe... Nee, sag mir Namen. Ich ende ihn. Die Pollen-Softers. Die Pressen. Ohne Fleisch, kein Reis. Die Krispies. Ah, die Krispies, Beppo. Die Krispies. Das ist schlimm. Ich mag auch lieber Menschen, die die Ausnahme sind. Ja, ich bin nie eine Person gewesen, die mit einem Flow geht, weil ich mag das nicht. Auch wenn jeder meiner Schuhe der Louis Vuitton-Tasche hatte, ich war radikal die einzige, die keine hatte. Und das nicht, weil ich mir keine leisten konnte, sondern weil ich halt keine wollte. Ja. Go with the Flow ist halt nicht für jedermann. Bei Louis Vuitton, der Marke, an der Oma, kann ich genau eher Radar, der ganze, ganze Schmutz. Aber wie gesagt, wenn die Leute sich darauf profilieren wollen, müssen sie das halt machen. Ich muss das halt nie. Okay, desto mehr meine Mitmenschen diese Tasche hatten, desto weniger wollte ich sie haben. Hat mir einfach nicht gepasst, halt so zu sein. Keine Ahnung, ich bin halt nicht so. Ich muss immer die Ausnahme sein. Komm her. Der ist drin. Wo läuft der andere her? Mir fehlen welche für meinen Entsafter. Mein Entsafter braucht ein bisschen Fleisch. Ja, das stimmt. Haben wir ja, sehen wir ja alle bei Tanzverbot. Der einfach sein ganzes Geld verballert hat für Balenciaga. Aber solange er jetzt drei T-Shirts hat, wovon ihm zwei zu klein sind, alles gut. Das ist aber so. Tatsächlich wohl jede Woche neue Kleider müsste bestellen. Er bereut's. Also ist das, was ich gut finde an Tanzverbot halt, ist, der hat's gecheckt. Ja, wo kein Geld mehr auf dem Konto war. Genau. Er hat's ges... 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 gespät gecheckt. Jetzt kann er nichts anderes machen, als, äh... weiterzumachen, ne? Und wieder hörst du auf und du machst weiter. Oder du gehst zur Meckles-Arbeit. Oder du gehst zur Meckles-Arbeit, an die Kasse. Und ich glaube, so wie er aussieht, kennt er die Gerichte eventuell sehr gut von Meckles. Das war gemein. Das war nicht nötig. Kim. Ich bin auch nicht die Schlankste, also. Ich rede nicht über andere Menschen. Er macht doch nicht wie ApoRed und versucht alles. Ach man, ApoRed. Apo-R-E-D, der Allerechte. Ich hab eine ganz spezielle Meinung zu ApoRed und das ist keine positive. Er weiß, wie man flüchtet. Der Allerechte-Hase. Ja. Der Allerechte-Dowie. Ich hab so, so... Also, ich hab alle Videos geguckt. Von Mimi und alles. Jede Reaction auch von, ähm... Dingens. Von, ähm... Elotrix. Und, ähm... Also, ich hab selten in meinem Leben so einen blöden Menschen gesehen. Entweder ist... Ist ApoRed ein mega, mega, mega intelligenter Fuchs. Oder er ist einfach dumm wie ein Toastboot. Behindert. ApoRed hat eine Ähnlichkeit mit deinem Carpador. Wer eine Riesenwelle machen kann, aber eine Platsche. Two to that. Das stimmt. Schreib das mal bei, ähm, bei, bei ihm in den Stream, wenn er mal wieder dabei ist. Da wirst du so schnell gebannt, du weißt nicht mal, was passiert ist. Wollen wir es versuchen? Ich werde seine Streams sicher nicht mit... Okay. Come on. Okay, wir spielen schon Stufe 12. ... Okay. Hier ist der nächste Teepoch in der Gegend. So, Entschuldigung. Ich musste kurz reden. Ich bin Tazen oder bei allen anderen für Abriss. Ja, ja. Aber ich nehme das Kompliment, dass du lieber hier bist. Ehrlich gesagt habe ich noch nie einen Stream von ApoRed gesehen. Ich habe noch nie... Ich will mir ehrlich gesagt das auch gar nicht antun. Mir so eine Stunde zu geben, was der so von sich gibt. Weil ich glaube, echt viel Gehirn ist nicht dabei. Ich denke wirklich nicht, dass da viel Gehirn dabei ist. Ich kenne auch nur die Ausschnitte und dieses... Das hat mir schon gereicht für ein Leben lang. Also komm, es ist ja so weit gegangen, dass Gronkh sich eingemischt hat. Gronkh. Gronkh, der sich zu gar nichts äußert, hat sich dazu geäußert. Das war ja schon... Das war ja schon der Overkill. Gronkh sich schon zu deiner Dummheit... Aber was machst du denn da? Also da kriegt der Sterne, weil ich kriege hier Nachrichten. Habt ihr hier besiegt, da besiegt, da besiegt. Ich verprügle hier Tiere. Ich merke. Ich sehe die Benachrichtigungen hier. Und wir haben einen Kilometer runtergefallen. Ja, sicher. Ich brauche so einen wie du auch nur. Weil ich muss dich frittieren. Und da ist noch einer. Komm, Fuchsi, töte ihn. Sehr gut. Nein! Oh nein, er hat überlebt. Er hat überlebt. Apo, er, 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 der Allerechte. Yes! Mein Paul ist hungrig. Wer will denn hier gesnackt werden? Will jemand gesnackt werden? Mhm. Mhm. Als Gespieler ist das Lächel echt den Sadisten in einem raus. Mhm. Oh, dann guckt er so traurig. Oh, komm, du kriegst Schläge. Hey. Ich weiß. Aber irgendjemand muss hier gesnackt werden. Er will hier gesnackt werden. Pup, put, put, put. Snacki die Snacks nennen. Dich nehme ich auch mit. Weil du musst entsaftet werden. Pup, put, 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 put. Da ist noch einer. Wo ist er hin? Komm zu Mama. Nein, lass dich da verprügeln, dann kann ich weglaufen. Die muss sie. Ja, ich bin... Bei mir glaubt man manchmal, ich hab' nen Schuss. Mein Fuchs ist richtig aggressiv. Der tötet alles, was ihm in den Weg kommt. Das labersto. Affe, komm her, krieg' deinen Baseballschläger ab. Elefant, du hast das gesehen, ne? Und du wirst aufsterben, weil du Zweige bist. Wow. Wulffi, 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 Wulffi. Da ist noch ein Elefant, den höre ich auch. Dankeschön. Wulffi hat eingeschritten. Komm, wir tötten die nächste. Wulffi ist eingeschritten. Ach, ich hab' sein Essen gefunden. Ach, das lebt noch, das Vieh. Weg mit den Viehschen. Das ist ein Schäfchen. Guck, jetzt ist es jetzt. Wulffi, greif an. Alter, warum schießt du auf meinen Hund? Ich hab' Menschen gefangen. Ich hab' Menschen gefangen. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich hab' einfach Menschen gefangen. Scheiße. Der saß wie der, bleibt nicht drin. Ja, ich verkauf' den. Bruder, was ist das? Ist das Satan? Der sieht aus wie Satan. Das ist Satan. Bruder, ich will den nicht töten. Komm, 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 komm. Ich hab' ihn. Oh Mann, die Menschen wollen auch in den... Oha, Beppo. Kann man die Menschen in den Entsafter machen? Äh, nee. Nee, schade. Ach, Mann. Ach, Mann. Das find' ich aber jetzt dämlich. Hätt' ich jetzt voll gerne gemacht. Das wär' dann wohl ein bisschen zu schlimm. Da ziehen sie die Grenze. Bei sowas ziehen sie die Grenze. Aber es sind Leute, die haben aus Versehen den Menschen gefangen. Ja, dann haben sie ihn verkauft. Dann hast du echt viel Geld dafür bekommen. Ja, und jetzt... Jetzt jagen auch viele sehr die Menschen. Menschen-Hunter. Bruder, ich brauch' dich. Oh, das war'n Schuss zu... Oh, Mann. Nein. Ich hab' gar nicht daran gedacht, dass ich Menschen fangen kann. Ich hab' das jetzt so spontan... Halt gemacht. Ah, ich lauf' falsch. Wo ist denn meine Base? Ich hab' mich wieder komplett verlaufen. Hier ist meine Base. Wo ist Beppo? Alter, Beppo, wissen du? Ich bin etwas unterwegs. Beppo ist komplett woanders. Sklaverei, aber als Unfall, ja. Ja. Ich glaub', bis der erste... Der erste Spieler aus Versehen... Ihn gefangen hatte, den Menschen... Da war's ihn Versehen. Jetzt nicht mehr. Jetzt macht's uns Spaß. Jetzt fangen wir gerne Menschen. Du kannst auch den Händler fangen. Ja, den kannst du anscheinend in eine Base werfen und dann geht er nicht mehr weg. Ein bisschen lustig. Entschuldigung. Alter, die schießen hier den Pol-Händler tot. Warte, jetzt bitte auf. Kann ich den Pol-Händler jetzt fangen? Ja. Nee, das geht nicht. Er läuft weg, er läuft nicht flüchten. Oh, es geht wirklich. Oh! Auf der Insel ist es unmenschlich angesehen, Menschen mit nem Pol-Ball zu fangen. Also, ich wusste nicht, dass das ein Mensch war. Das war halt jetzt ein kleines Versehen. Ich dachte, das wäre ein Pol. Tut mir leid, mein Schatz, aber ich brauch dich. Ja, also, das war jetzt, das ist, es war, es war ein Versehen. Was ist, Beppo Space? Ja. Es war ein Versehen, aber der ist nur ein, also, genau, der wird ignoriert. Ich hab den auch nicht gesehen, den Bahnhilder, jetzt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh, da ist Beppo Space. Ohne jetzt hier zu sterben mit Wolfie. Kleine Abkürzung. So, jetzt sind wir hier bei Beppo. Entschuldigung. So, gut, nein. Schlaf gut, Pixel. Danke, dass du da warst. Tschüss. Gehe ich mal wieder zu meiner Base. Alter, das ist so schwer mit... So, jetzt sind wir bei mir. Was ist denn hier los, Leute? Warum sieht es hier so schmutzig aus? Also, wenn sie so weitermachen, wird hier ein bisschen mehr als nur entsaftet, ne? Kann ich ihn jetzt noch entsaften? Ich dachte, ich könnte die Wölfe entsaften, ne? Ein... Drei, drei... 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 Vier... Eih, es reicht um einen, ne? Echt? Es reicht genau um einen, ne? Aber die Wölfe vielleicht. Die Wölfe... Die Wölfe... Die Wölfe... Boah, ich muss die Wölfe weg. Das ist bitter. Boah, es tut mir so leid, mein kleiner Schatz. Du hast mich so viel begleitet, aber... Er wurde entsaftet. Es ist passiert. Er wurde entsaftet. Du kannst die Menschen halt leider nicht entsaften. Oha, jetzt wurde es noch ein bisschen düster hier, ne? Ja, es ist sehr düster. Ich frage mich, ob ich den Menschen jetzt hier echt in meine Dingens loslassen kann. Wo ist es denn, Mensch? Wilderer Rookie. Kannst du ihn trainieren? Oh! Beppo, du kannst ihn echt als Arbeiter nutzen. Ernsthaft? Ich habe ihn gerade rausgelassen und ich dachte, er läuft weg. Er ist schlafen. Das heißt, du kannst ihn nutzen. Oh. Ja. Okay. Das ist jetzt natürlich... Was macht er denn? Ist er jetzt? Wie, wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt weg? Hä? Hä? Wo ist er denn jetzt hin? Er hat sich weggespawnt. Hä? Was für eine komische Sache. Was machst du? Ich? Ne, ich gucke halt. Was macht das Häschen? Was macht das Häschen? Der Saurier kotzt Wasser, ja. Ja, ja. Der... Ich nenne ihn Behindertosaurus. Und Behindertosaurus, ähm, kotzt Wasser. Ja. So, jetzt kann ich euch zeigen, wie ich jeden Tag auf der Arbeit sitze. So. Mit dem Gesichtsausdruck. Das ist... Das ist zu 100% meiner. Das ist meine. Na, guck, hier kotzt er nochmal. Er ist da am, ähm... Er... Wie nennt man das? Was? Die einen Pols haben da halt gesät. Und er bewässert. Und er bewässert, genau. Er bewässert. Was? In allen Videos im Spiel habe ich immer nur die Depressos in der... Ja, ja, ich weiß. Also, Depresso ist das geilste Tier hier. Genau, er gießt. Genau, er gießt. Ich habe mir Depresso sofort geholt, als ich ihn gefunden habe. So. Können wir uns wieder amüsieren? Guck, sie haben wieder alles falsch eingeräumt. Neu. Ah, ich wollte ihn halt Espresso nennen. Ich habe das echt überlegt. Espresso. Ah, Beppo. Hm? John meint, wenn, ähm... Depresso in den Entsafter geht, dann wird er zu Nespresso. Gute Frage, eigentlich. Gute Frage. Ich bin sehr wild unterwegs, als Level 12er. Und er scheint Level 30er Gebiet zu laufen. Ich kann dir nicht den Arsch retten, wenn es wieder so, so eine Sache wird, wo du eine halbe Ewigkeit deine Sachen suchst. Alles gut. Es ist eine Erkundungstour, dafür habe ich nicht viele Sachen bei mir. Jetzt ertrinkst du. Machen wir hier ein bisschen... Ein bisschen Jamie Oliver. Wer macht denn da so viel Lärm hier neben mir? Bist du das, Depresso? Äh, ne. Wie, eigentlich, das Holz da liegen lassen? Nein, ich kann das gar nicht ab... Bei mir muss alles sortiert sein. Sogar in meinem... Ich mache jetzt... Also, die Medizin habe ich so gut 10 Minuten Zeit, wo ich jetzt hier auf das Knöpfchen drücken muss. In der Zeit könnt ihr mit mir reden. Ich bin gestorben. Ach, ne, Beppo. Ach, ne. Aber alles easy. Nicht schlimm. Oh, mein Geburtstag ist vorbei. Jetzt muss ich wieder 364 Tage warten. Oh. Als wird die schwarze Liste gemacht. Wer hat mir alles nicht, ähm, gewünscht? Weiß. Dice Twice. Dice Twice. Ich danke dir vielmals für den Wraith. Danke dir. Danke dir. Ich haue dir natürlich einen wunderschönen Shoutout raus. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich bin ein Jahr älter geworden. Ich bin echt eklig. So. Ich kriege so einen schönen Shoutout. Mache ich hier meine Medizin weiter. Wie geht's? Wie steht's? Was habt ihr gemacht? Gern geschehen. Shoutout ist eine Respektsache, wenn man geradet wird. Und wie lief's bei dir, Paul? Welches Level bist du mittlerweile? Naja, sie polzeln keine Zutaten. Äh. 23. Ich bin halt auf der Suche momentan nach Shinies. Anstatt, dass ich ein bisschen hoch levele, suche ich Shinies. Ja, diese Medizin. Ich weiß nicht, ob du schon Medizin gemacht hast. Dice. Aber du stehst hier nach halb Ewigkeit rum. Wo ist diese blöde Hexe, Mann? Ich geh mir die fangen. Hier ist Level 23. Ja, nee. Und Catrice, da warte ich, glaub. Was bin ich? Obwohl, ich könnte mir die snacken. Glaub, äh, pass auf. Es ist ein Bus, der hat Sinn sich. Aber sie ist Level 23. So, so, guck. Ich drück hier nur mit dem Knopf drauf. Mit dem Finger drauf, weil... Die Sache ist, wenn du diese Tante hier fängst. Die hier. Catrice. Das ist eine Hexe. Und die macht Medizin schneller. Eigentlich sollte ja auch der grüne, der grüne Dulli da... Ähm, der da. Sollte ja auch mal was machen, aber der macht nix. Der hat keine Lust. Der Leaf, Leaf Monk. Ich hab den ja gefangen als Shiny. Stehe ich jetzt? Stehen. Ich kann halt auch nix auf... auf meine... auf meine Tastatur drauflegen, wisst ihr? Ich müsste halt echt so was finden, was man hier so drauflegen kann, ne? Ich hab Beppo hat das mal gemacht. Ich mach das sehr oft. Ich hab's nix. Was soll ich draufstellen? Meine Paw Patrol-Lampe? Ja. Nee, dass ich einfach ein Spiel gefunden habe von... Meine beste Freundin hat so viele Paw Patrol-Spiele rausgezogen, ne? Eins nach dem anderen. Das war so lustig. Ich versuche hier sogar mit meinem Ellbogen zu drücken. Ah. 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 Das Enchantment Tablet erinnert mich wieder an Skyrim. In dem Spiel ist echt alles drin. Bin Lurk, geh pennen, genieß deinen Streaming-Buddy. Danke, Dice. Danke für den... Wait. Danke für den Lurk. Danke für die Liebe. Und wir hören uns. Hast du da die Ultrabiene? Elisabee? Ja. Oh, der Level 39. Da geh' ich nicht rein. Kennt jemand von euch Paw Patrol? Das geh' ich den Leuten wieder damit auf die Nerven. Kommt gleich die Frage in den Schritt. Wie alt bist du? Aber Bippo, ich schwöre, ich hab' so'n geiles Mauspad bekommen. Also, ne? Da ist alles dabei. Aber nicht von Paw Patrol. Ich dachte schon. Nein. Es ist so'n Sonnensystem. Ich hab' einen Starbucks-Becher bekommen. Ich hab' einen neuen Playstation-Controller bekommen. Noch einen für die Kollektion. Ja. Was ist das? Das ist voll schlecht. Hallo, guten Abend, Bustuf. Oder gute Nacht. Oder guten Morgen. Es ist guten Morgen. Das Einzige, was ich mir sicher bin, ist, es ist nicht guten Mittag. Es ist definitiv die Mittag. Und auch die Schnarchmitte. Deswegen, guten Morgen. Guten Abend. Es ist aber... Vormittag. Guten Vormittag, gute Nacht. Ich glaube, ich snack' mir jetzt noch ein paar, ähm, Falls. Und dann nehme ich mir die Catrice da. Ich hab' einfach keine Lust mehr, diese Medizin zu machen ständig. Weil die Pauls sind... Guck, der eine Paul, es ist tausend Essen da und er hat Hunger. Das ist der Affenvogel. Papa, John, Papa, John, wir gehen mal, wir gehen mal. Beppo, lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben. Er hat mich getötet. Ja, das hab' ich gesehen. Lauf um dein Tod. Vielleicht mag er keine anderen Pauls essen, ah, die, die essen sich hier alle gegenseitig, sag's dir. Wo bist du denn da krepiert? Ich entdecke die Karte ein bisschen. Nee, du krepierst. Du, ah, du cheatsest, weil du krepierst und dann suchst du dir einen anderen Punkt. Ja, 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 ja. Du bist ein kleiner Cheater. Stimmt doch gar nicht. Doch. Du bist ein kleiner Cheater, Mann. Oh, Beppo, anscheinend haben wir morgen ein Uno, No End. Nee, No Mercy. Uno, No Mercy spielen wir morgen. Das ist anscheinend ein Uno-Spiel, wo du bist... Du musst doch nicht plus vier ziehen, sondern plus zehn. Oha. Und wenn du mehr als 25 Karten hast, bist du raus. Es wird so Krieg gegen zwischen uns allen. Das wird Krieg der Sterne geben. Ich werd' so, so krank bei Uno. Ich werd' so zum Monster. Ist das schon morgen? Bei mir auch. Morgen, ja, morgen ist doch mein Geburtstag, meine Geburtstagparty. Ist es Freitag oder Samstag gewesen? Samstag, heute ist Freitag, besser. Ah ja, stimmt. Morgen Abend. Was willst du denn jetzt auf deine Pizza? Das hast du mir schon gesagt, ne? Ich hab's dir schon gesagt. Salami. Käse? Käse Salami, entschuldigung. Du warst der Salami. Hab' ich aufgeschrieben. Bist du sicher? Wieso fragst du? Keine Ahnung. Es steht sogar hier. Beppo Salami. Das hört sich falsch an. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin echt noch so dumm, ne? Und ich sag dir sogar noch. Mensch, ich glaube, ich hab noch nie so viele Beere gesammelt. Ich hab 167 Speeren in der Tasche. Ich bin immer noch bei diesen scheiß, ähm, Dingen. Ich bin noch weit weg von Schusswaffen und ich hab schon acht Magazine. Ja. Ja. Eigentlich brauch' ich die gar nicht aufzuheben. Die kann ich wegschmussen. Papa John. Papa John. Oh mein Gott. Ich se- Sagt mir nix. Ich mach Spotify an. Was kommt? Paw Patrol. Paw Patrol. Sie hat mich angeguckt so. Aber sonst geht's dir gut, ja? So einfach die Titelmelodie von Paw Patrol hab ich mir auf Spotify angehört. Ja. Ja. Ich schwör's dir. Da will man nix mehr dazu sagen. Oh mein Gott, ich muss euch zeigen. Ich weiß nicht, ist irgendjemand noch im Chat drin? Ich habe gestern meinen Eltern erklärt, was Paw Patrol ist, okay? Beppo, guckst du mal? Ja. Guck, das hat mein Papa mir heute Morgen geschickt. Das hat mein Vater mir geschickt. Ich schwör's dir. Ich schick mir einen und Paw Patrol mal. Also ja, wir haben über Paw Patrol geredet. Den kriegt man ja. Ja, ich bin so in dieser Serie. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Ich kann's euch echt nicht sagen. Aber jetzt bin ich so... Überfall. Jetzt bin ich so drin, weil hinter mir stehen ja auch sehr... Die Lampe ist von Paw Patrol. Der Teddy ist von Paw Patrol. Sind die bei dir? Du oder ich? Gute Frage. Ich seh noch keine. Bei mir, Beppo, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Ich lass die Paws los. Oh mein Gott, Beppo, die sind stark. Wie stark? Oh. Holt sie euch. Holt sie euch. Ja. Wie stark sind sie denn? Sind das wie mit dem Feuer? Ich will so einen fangen. Yes. Ich hab einen Lease-Punk. Sucht immer noch der kurzen Pole. Ah, pass auf, das sind die, wo Feuer spielen. Es ist in Ordnung. Nein, nix brennt, nix brennt, nix brennt. Es wäre nix in Ordnung, deine Böse ist komplett aus Holz. Wieso überfallen die Paws das Lager, so eine Art Widerstand? Ich weiß, dass ich das sind böse Paws. Da lebt noch einer. Pass auf, dass er nicht Feuer wirft. Das sind die bösen Paws. Aber die haben ja erst vor kurzem... Die kommen alle in den Entsafter. Den hier hab ich jetzt an der Tat eingefangen. Weil ich glaub, dass diese Paws halt auch dazu zählen. So, der Überfall. Ist vorbei. Gut. Warum ist die Musik noch an? Dann ist noch einer da. Ach ja. Holz! 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 Angriff! 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 Ihr müsst angreifen! Ihr müsst angreifen! Ihr müsst angreifen! Ich weiß nicht, wo die laufen. Die kommen alle in den Entsafter. Nee, aber ich wollte den hier halt nur fangen, damit er in meiner Dingens drin ist. Ich weiß halt nicht, was die da machen. Oh, es ist vorbei. Das habt ihr gut gemacht, Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Wir haben es geschafft. Kann man denn so einen Aussichtspunkt hinbauen? Kann man den nicht höher bauen? Ist doch voll behindert, wenn er hier unten steht. Der ist eigentlich gedacht, dass du den, wenn du unterwegs bist. Ach so. Ah, ich wollte den jetzt da hinstellen. Jetzt habe ich ihn hier freigeschaltet. Eine Mühle. Ein Bärengarten. Oh, eine Pflanze. Die Presse, geh mal weg. Eine Pflanze. Eine Pflanze. Weizenfell. Weizenfell. Holz-Tor. Wie groß ist das denn? Oha! Oha, soll ich das hier so hinbauen? Gar nicht auffällig. Dass das ja so ein dickes Tor ist. Sag mal, Beppo, hast du, hast du den einen da gesehen? Welchen? Der, da ist ein, ein Spieler. Der hat so, ähm, sowas gebaut, wo, eine Falle, weißt du, wo die Pols so hochgezogen werden? Ja. Und dann hat der ein Feuer drunter gebaut. Er hat ihn abgefackelt. Und dann hat der, hat der gesagt, es ist nur mein Exempel zu statuieren. Ja. Ist das Spiel Singleplayer? Nein. Weil, Beppo ist da. Kein Singleplayer. Nee, nee. Wir haben halt nur rausgefunden, weil es gibt ja, es ist ja im Xbox Pass drin. Und anscheinend können nur Leute vom Xbox, also vom Microsoft, oder was ist das, Pass miteinander spielen. Und die Leute, die es von Steam gekauft haben, können nur mit Leuten von Steam spielen. Was ich persönlich ein bisschen doof finde, aber, ich kann's halt nicht ändern. Beppo finde ich einen Weizen? Äh, meinst du Weizenkerne? Ja. Die kriegst du vom Händler, der ist, äh, von meiner Base direkt links, äh, der Teleportpunkt. Okay. Also, also geht die Spielersuche dann wohl über Freundschafts-Listen? Nein. Äh, hier, hier ist ein Code, Einladungscode und es geht über den. Hochfertikel. Ähm. Ja, typisch. Hier hin. Ach so, ich brauche Metallbarn. Hm. 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 Ja. Mrs. Mertwein. Ja, keine Ahnung, wir haben es nämlich vorhin versucht, weil der eine Kumpel war halt, ähm, Xbox. Und da habe ich gegoogelt und da stand, dass das nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, was dann die bescheuerte Ausrede sein soll. Ich habe keinen Plan. Genau wie bei Disney Dreamlight Valley kommt dies ja nicht fertig, dass Playstation mit irgendjemandem anderen spielen kann, außer Playstation und all die anderen können zusammenspielen. Oh nein, warum bist du denn krank? Was ist denn passiert, mein kleiner Schatz? Ernsthaft. Oh, nein. Die überfordert. Bitte jetzt bis... Oh, nein, nein, Beppo. Beppo, die haben meine Bude abgebrannt letztens. Ernsthaft? Ja. Beppo, bitte, 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 bitte. Was muss ich machen? Beppo, die kommt zu mir. Äh, schick deine Post nach draußen. Kommt, Leute, kommt, 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 Leute, kommt. Und schick einen starken Poll nach draußen von deinem Team. Leute, ihr müsst raus. Leute, ihr müsst... Leute, Leute, bitte, 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 bitte. Bitte, ich kann nicht nochmal meine Base bauen. Meine Base wird angegriffen. Kommt, Leute, kommt, kommt. Kinos greifen mich schon. Oh, sie greifen dich an. Ja. Oh, Gott. Gott sei Dank, weil das sind die, die mir die Bude abgebaut haben. Ja, aber das sind Dinos. Die haben Feuer gemacht bei mir. Und wie süß hier, das ist Level 30er. Franke Pols kommen bei Beppo in den Entsachter, ja. Bei mir nicht, aber bei Beppo schon. Außer, ich baue echt jetzt so einen riesen Turm hier hin. Guckt. Ich baue jetzt echt so ein doofes Tor hin hier. Nee, das können wir nicht machen. Das ist so irritierend, weil Beppo ja auch die, seine, ähm, Dingens hat. Jetzt kann ich eh profitieren. Boah, ich muss bis 2 Uhr wieder wach bleiben. Männer. So, Beppo, ich bin echt froh, dass die dich jetzt abgefuckt haben, nicht mich. Hm, die haben nicht viel gemacht. Gott sei Dank, ja, die haben meine Bude abgefuckt. Weil, die hatten irgendwie Probleme, in meine Bates reinzukommen. Ich weiß nicht, diese Stelle ist irgendwie sehr praktisch. Goldpferd. Die einen hängen mal da am Berg fest, keine Ahnung wieso. Sei doch glücklich. Ja. Es ist eine, ich habe einen Kollegen, der ist momentan in Amerika. Und ich telefoniere halt mit dem öfters. Und da muss man halt 7 Stunden zurückrechnen. Deswegen muss ich so lange wach bleiben. Kommt, Depresso. Eine einzige Bude, der noch wach ist. Ja, 7 Stunden ist bitter. 7 Stunden ist echt bitter. So, Kämisch, ich habe meine Mauer gezogen. Das sieht schön aus. Ah, du hast zwei, du machst zwei Dinger, ne? Ja. Na, ich habe immer nur eine gemacht. Denkst du, zwei ist besser? Und keiner kann rüberspringen. Ich kletter selbst immer rüber. Ja, okay, aber die Pols können ja nicht klettern. Ach, du willst die alle in deiner Wand, in deiner Dings haben. Ja, keiner geht raus. Keiner kommt rein. Ich brauche auch mal eine Wand. Wohl, hier könnte ich was anderes machen. Weil die Pols, die fliegen können, die kommen da ohne Problem rüber. Über die eine Mauer. Ja, sag mir das bitte nicht. Ich bin gleich Level 13. Es ist eklig, wenn man so lange wach bleiben muss, John. Lass mir. Aber Gott sei Dank nur noch bis nächste Woche. Und dann haben wir es geschafft. So, dann gehen wir eine rauchen. Ah, das lange sitzen tut so am Arsch weh. Wie geht es deinem Knie überhaupt? So ungefähr. So, ich habe neue Pillen bekommen. Ich fühle mich am Tag über... Komisch, also... Halb, äh, halb im Rausch. Ja. Okay. Wie Monique. Ja, vor allem, wenn man es nicht will. Ja, bei uns ist es halt in der Woche, also... Ich habe momentan Urlaub. Aber sonst in der Woche ist es halt... Wäre es auch gar nicht machbar, weil... So lange bleibe ich nicht auf. Wir haben alle Urlaub. Ja. Wir haben alle Urlaub momentan. Es ist eklig, dieses lange wach bleiben, also... Gut, du kannst Paul spielen. Ja. Ich habe auch Beppo normalerweise, der immer noch da ist bis zum Schluss. Aber alleine wäre es bitter. Was brauchst du dir? Wieso brauchst du dir die Ecke gegen Teile? Weil ich das hübsch finde. Und ich springe immer über diese Ecken. Ich will mir die Ecken selbst nicht zumachen. Dann Dino kommt schon über die Wand. Nein, wo ist der? Dino? Nein. Nein. Der Presse wird wieder draußen sein. Alter. Weißt du, gerade habe ich so gesehen, dass noch jemand Hunger hatte, ne? Wirklich so? Ist das die Fressmaschine? Aber es gibt... Kann sowieso sein. Es gibt eine goldene Fähigkeit. Leute, das sind die, die, ähm, wie nennen sie die Fähigkeit, ähm, 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 ich muss einmal gucken, ich habe welche in meinem Team gerade. Forsten. Okay. Wenn sie die Fähigkeit Forsten haben, dann essen sie sehr wenig. Sie brauchen sehr wenig Essen. Wow, die haben die jetzt weggesnackt. Äh, da steht ein Gegner vor deiner Tür. Forsten, aber wer hat die denn? Äh, das kann jeder bekommen. Das ist eine der vier Fähigkeiten. Okay, okay. Gut zu wissen. Und ich hatte, äh, gelesen, dass Forsten sehr nützlich ist, für, äh, in der Basis arbeiten zu lassen, weil die halt nicht sehr viel essen. Verfressen ist nicht ideal, weil die essen sehr viel. Oh, das ist eine echte Fressmaschine. Dein Dino kommt ja nicht mehr in sein Bett, wenn du so ein Teil dünnst. Ich bin noch nicht fertig. Er kommt in sein Bett, er soll jetzt kein Geld, kein, er soll jetzt nicht, ne? Er macht sein Scheldin. Das ist mein Platz da. Ich glaube, die Brücke geht eh nicht hoch, wegen dem Boden. Doch, du kannst, äh, aber du musst das Dreieck da wegnehmen. Dann kannst du die Treppe dahin setzen, dann, hm, kein Problem. Hör das Dreieckgetell weg. Ich weiß gerade selbst nicht, was ich baue, aber... Oh, Dino hängt fest. Ja. Geht's sicher? Ja, ich glaube, er hängt fest. Du hast ihn noch hingesperrt. Greif ihn dir. Ich kann ihn nicht greifen. Okay. Ich denke, da muss... Ich kann das Bett reparieren. Ne, mach es einfacher. Ähm, nehm ihn einmal aus der Buchs raus. Und dann wieder rein. Und dann wieder rein. Der arme Buur. Ich kann mal rauchen. Okay. Tut mir leid, mein Kleiner. Es wäre halt bequemer so, wisst ihr, wenn ich hier oben noch ein bisschen was machen könnte. Obwohl, wisst ihr, was Gronkh gesagt hat? Gronkh war hier oben und hat das angeguckt und meinte, jetzt fehlen nur noch die Fahnen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Guck, das steht wieder am Buur draußen. Wie kommst du denn immer? Oh. Oh. Du nervst. Geh rein. Geh rein. Ja. Die Fahnen. Die Fahnen. So wie eine bestimmte, wie alles aussieht, wie ein Quidditch. Ja, ja, genau. Es ist ein Quidditch-Stadion. Genau. Ich habe jetzt echt Angst, dass er echt nicht mehr in sein Bett reinkommt. Aber hier ist doch ein Bett. Soll er eins von denen mitnehmen? Doch, doch. Und ich rede von Quidditch. Mir war kurz der Name entfallen. Alter, wo sind denn die scheiß Dinger? Oh mein Gott, die Kissen gehen mir so auf den Sack, ne? Wir spielen mit den Kisten. Alter, die haben ja alles zusammen gemacht. Wenn ich jetzt noch eine Kiste aufgemacht hätte, hätte ich mich erschossen. Okay. So, komm, wir machen wieder ein bisschen Medizin. Oh, zwei Uhr. Wenigste Schränke und... Ja. Ganz schlimm. Fuckt einen so brutal ab. So. Jetzt sitzen wir hier zu sitzen. Es gibt, glaube ich, Regale und Schränke, aber die sind nur zu Deko da. So dumm. So dumm, echt. Einfach nur zu Deko. Ich muss mir echt diese eine Tante da nehmen, weil, ähm... Level 23. Ich glaube, sie ist Level auch 23. Hm. Wie glücklich er ist. Ähm. Wir können... Ich will... Wie viele Pfeile haben wir? Okay. Ich glaube, wir können es versuchen. Okay. Nein, wir müssen da hin. Aber wir könnten da hin und uns einfach teleportieren. Boah, geh mir da aus dem Wehen. Bist du dumm? Bist du dumm? Der ist stumm. Wohl, Wulf. Hier könnten wir auch noch ein bisschen Arbeit machen. So. Sind wir wieder da. Okay. Beppo, hier ist das Mammut. Versuchst du, erst zu vergessen? Nee. Nee, 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 nee. Mein Leben ist mir aber ein bisschen mehr wert. Er snackt mich weg mit einem Tritt. Es gibt mir so einen Tritt, dass ich dreimal liege. So, dann habe ich die Kleidung fertig. Dann ist jetzt was nächstes. Na ja, den Spur wollte ich bauen. Wo baue ich das Ding? Alter, der Boah. Scheiße. Ich verleih' einfach da runter, wie so eine Behinderter. So, dann sind wir hier. Äh Und Ja ... ... ... ... ... ... mei um mei um mei um mei oder nur jetzt habt ihr einen whirlpool stimmt ich wollte das hier auch noch bauen und hinten richtig hinterrücks war das von mir das sind die schlimmsten alter ich treme aber auch gar nichts so wird das auch gebaut da ist nicht genügend holz schon wie wow ich merke schon 122 holz habe ich ich baue das teil ich glaube hier was habe ich gemerkt dass das ein grobian war penguinschaf kommt hierher helft mir mal so ein schönes kinderlied hat meine beine knacken was fehlt mir dann noch das ist alles gemacht das ist auch gemacht das ist gemacht oh gott ich muss meine dingens hier brauche ich überall metall man isst was wenn du hungrig bist doch die feldrüstung doch fertig man isst du die feldrüstung du hast mir faser ja Komm Wulfi. Okay, dann eben nicht. Hier reparieren wir auch sofort, weil ich merke schon, so wenn ich das gemacht habe, dann baue ich mir noch ein paar Bälle. Noch das und dann snacken wir uns die Alte. So. 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 Ich find was. Ich hab jetzt, ähm, auch rausgefunden, Beppo, was dieses Geräusch ist, was ich vorhin gefragt hab. Was war das? Das ist, bist du, wenn du in Paul fängst. So, ich lass euch mit Beppo allein, weil sonst... ... ist der Stuhl gleich nass. Ich mach das Mikro aus. Was? Ich mach das. Ich mach das. Untertitelung des ZDF, 2020 Und zack. Oh, ein Fork, den will ich. Come on. Yeah, neue Levels. Ich glaube, ich nehme etwas Erz mit hier. Ich nehme etwas Erz. Ich nehme etwas Erz. Ich nehme etwas Erz. Ich nehme etwas Erz. Was ist das? Was ist das? Oha, da gibt es wieder eine Sphäre. Sogar zwei. Ich bin wieder da. Ich habe mir heute Mittag eine Decke gekauft, ne, von Harry Potter, bei Primark. Jetzt war ich plötzlich so, wo ist sie denn? Weil eigentlich sollen die unter meinem Po liegen. Da gehe ich so ins Wohnzimmer, ich suche die so. Da liegt mein Hund drauf. Was hast du gemacht? Blackie, was hast du gemacht? Aber mein Hund hat einfach die Decke verschleppt. Was hast du gemacht, Blackie? Ich habe Angst, jetzt kommt ein Raid. Jetzt kommt todsicher ein Raid. Danke vielmals für den Raid. Danke, danke, danke. Was ist denn nur los heute? Oh mein Gott. Danke, 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 danke. Und ich... Danke. Danke für die Glückwünsche. Und ich hatte gestern Geburtstag. Aber ich bin ja schon seit fünf Stunden dabei. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Aber ich nehme hier die Glückwünsche noch an. So. Kriegst du einen kleinen Shoutout. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke für den Follow. Danke. Und danke für die Glückwünsche. Vielen lieben Dank. Und danke an Black... Blackie? Ja, wahrscheinlich... ...das hier aber organisiert hat. Danke, Blackie. Du bist ein guter. Danke, danke. Die Raids überfordern mich in letzter Zeit ein bisschen. Danke für den Follow. Die Raids überfordern... Gestern Raids 163 Leuten. Ich bin hier fast umgefallen. Ich dachte mir so, was geht denn hier ab? Danke. Was habt ihr denn gespielt? Ich beschäm mich nicht über Raids. Ich bin überfordert. Ich habe das geheult gestern. Ich habe das komplette Mindfuck. Also... Vielen lieben Dank, Spectra. Und danke für den Raids. Danke, danke. Nein. Ich kann das nicht laufen lassen. Weil, ähm... Nicht, dass ich dann, ähm... Probleme kriege mit Twitch. Weil ich habe hier nicht eine... ...getrennte Audiospur. Aber nächstes Mal lasse ich das für dich laufen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, also... Vielen lieben Dank. Unsere Antwort wird natürlich mit einem Follow. Sonst bekommt ihr einen dicken Slab. Obwohl wir uns nicht benehmen. Ach Mann, ihr seid so toll, Leute. Ihr seid so toll. So, ich bin immer noch mit meinen Pfeilen hier beschäftigt. Ach, ihr seid so toll. So tolle Menschen. Es freut mich jeden. Es tut so gut zu sehen, dass es so tolle Menschen auf dieser Plattform gibt. Das ist... Dankeschön. Ich habe mir auch viel Mühe damit gegeben. War echt... Äh, ja. Ich war früher Buchblogger. Deswegen habe ich extremst viele Bücher da stehen. Und ich dachte, irgendwie muss ich das so in Szene setzen. Dass eine Lichterkette alles ausmachen kann halt. Ja. Dankeschön. Es freut mich, wenn Leute sehen, dass es hübsch aussieht. Hübsch aussieht. Ja. Paul World ist so ein geiles Game. War da vorhin auch etwas drin. Noch ein drin. Ja, wir sind zu zweit momentan. In Paul World. Jo. Mein Kollege, der spielt hier auch mit. Und, äh, also seit wir das Spiel angefangen haben, sind wir so in der Sucht drin. Wir kommen da nicht mehr raus. Und gestern haben wir Fortnite gespielt. Und wir haben aber alle beide ständig über Paul World geredet. Weil wir wollten unbedingt Paul World spielen. Ja. Ja, ja. Wir spielen jetzt zu zweit auf demselben Server. Damit wir ein bisschen schneller weiterkommen. Ich mache gerade 100.000 Pfeile, weil ich mir da so ein Boss snacken will. Ich muss jetzt da von vorne anfangen. Ja. Was ich noch für Spiele spiele? Ah, was wir noch spielen. Also wir spielen eigentlich immer zusammen. Ähm, Fortnite werdet ihr bei mir finden. Call of Duty. Paul World, äh, Disney Dreamlight Valley. Ähm, Pippo, was spielen wir noch? Ähm, Fall Guys. Fall Guys. Also das meiste ist halt wirklich Fortnite, Call of Duty, Paul World. Ähm. Wenn er halt gerade echt an überlegen. Avatar habe ich sehr viel gespielt die letzte Zeit. Oh ja. Was haben wir, das haben wir gesucht natürlich die Verrückten. Nein, diese Schüsse schon mal. Ja. Das hängt wirklich. Es kann auch sein, dass ich jetzt plötzlich einen Flip bekomme und dann spiele ich Animal Crossing Pokemon United heißt das, ne? Ähm, ja. Vom Biss. Alles, was mir Spaß macht. Ich liebe auch Horrorspieler. Mit Pixelbier, der hier auch geschrieben hat. Mit dem spiele ich momentan It Takes Two. Super tolles Spiel mit einem super tollen Menschen. Also Pixelbier könnt ihr ruhig folgen. Der macht so geilen Content. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Von Elden Ring bis alles, was ihr wollt. Es ist super. Also ihr müsst, wir spielen nächste Woche wieder zusammen. Ihr müsst da wirklich zusammen, also ihr müsst uns zusehen. Es ist zu geil. Ja, siehst du, Volker ist Fortnite, dann seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Wir ergänzen uns alle. Wir ergänzen uns. Ja. Bei mir findet ihr zum Beispiel meine, meine Mates spiel. So ein Hund, ey. Du bist so ein ekelhafter Hund. Du bist so ein ekel, kleine, kleine Ratte. Nee, das ist so. Das ist die Sache zwischen Blackmail und mir. Wir sind immer so dabei. Nee, also wie gesagt, bei mir findet ihr alles, was so Spaß macht. Man kann mir auch Spiele vorschlagen. Aber eine süße Ratte, ja, das stimmt. Und ich... Wenn das Spiel mich interessiert, spielen wir. Wenn nicht, dann nicht. Zum Beispiel momentan spielen einige von uns auch Sims wieder. Keine Ahnung, warum. Bist du bald, kommen die sich ja schon auf. Ah, es freut mich. Können wir auch mal zusammen spielen. Ich wäre dabei. Und immer Bob nennen. Ach doch, hör dir auf. Die Leute verstehen gar nicht, warum du mich Bob nennst. Du musst den Leuten wenigstens erklären, warum du mich Bob nennst. Ach, Mann. Also bist du der Einzige, der das tut. Habe ich mich auch schon gefragt, weil das ist ja... Ja, ist halt so. Die Sache war damals, wir waren im Stream. Nein, 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 nein. Das ist Raul in Luxemburg. Wir waren im Stream und wir haben, glaube ich, über meine Größe geredet. Und da meinte Salva so, ja, aber Kim ist doch echt klein. Und da habe ich gesagt, dass ich halt nur 1,60 groß bin. Und dann kam Blacky mit. Ach, du bist ja ein Minion. Und dann gibt es ja den Minion, den Kleinen. Der hat ein Teddybär in der Hand. Ja, und das ist Bob. Und dann hat Blacky angefangen, mich Bob zu nennen. Ja, das war wirklich so. Ja, seitdem hat er angefangen, mich Bob zu nennen. Aber es stört mich nicht, also. Ob man mich jetzt Kiwi nennt, Bob oder Kimi. Alles gut. Alles gut. Immer nur eine Medizin, Mann. Und ehrlich gesagt, Johnny, obwohl ich kein Alkohol trinke, fahre ich sehr selten Auto. Und die anderen nach Hause. Das ist sehr selten der Fall. Die Leute fragen sich auch, warum man mich Kiwi nennt oder so. Marcel! Weil du keine Lust hast. Lörg, Follow hast du und ich komme wieder. Vielen Dank, Michael. Vielen, vielen lieben Dank. Für den Lörg, für den Follow. Ganz viel Liebe geht an dich raus. Ich freue mich jetzt auch so, alle trinken, weil wir irgendwie fahren. Ich will auch nicht fahren. Das wird auch nie passieren. Du kannst dich schon dran gewöhnen. Das wird nie passieren. Das wird nie passieren. Kiwi ist in der Tat eigentlich entstanden, weil ich mich darüber aufgeregt habe, dass die Leute mich immer Kimi nennen. Und das hat mich so genervt, weil das halt ultra unkreativ ist, dass jemand irgendwann mit Kiwi gekommen ist. Und da habe ich das mitgenommen. Eine Freundin von mir ist auch so. Alle trinken, nur sie nicht. Aber die will nicht fahren. Ich bin genauso. Ich kann mir auch ein besseres vorstellen, als ein Auto voller nach Hause zu fahren. John, ich fühl dich. Du fährst halt nie, weil du nicht ans... Das sagt mir ein 15-Jähriger, der nicht mal einen Führerschein hat. Und das sagt er zu mir, die seit über 10 Jahren einen Führerschein hat. Ich merke mir das. Ich merke mir das. Ich merke mir das, wenn du den Führerschein versaust und bei McDonalds an der Kasse arbeitest. Ja. Denke nicht. Denke nicht. Mit was für einem Auto fährst du denn? Das ist das Spielabteilung? Die Kleinen, die du da so hast? Niep, niep. Okay, nochmal. Vielen, vielen, vielen Dank für den Raid. Vielen Dank für die lieben Worte. Es war auch schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Und schlaf gut. Ich hab Kim noch nicht gefahren gesehen. Kann er leider... Ach, leck mich am Arsch, Marcel. Ich hab Kim auch noch nie gefahren gesehen. Dorflebenbeste. Ja, ich bin ein Stadtkind. Tut mir leid. Ich bin ein Stadtkind. Alter, ich hab ein Audi vor der Tür stehen. Ich kann fahren. Ich hab das Auto nicht als Deko. Ihr seid so ekelhaft. Natürlich kann ich fahren. Das Einzige, wo ich nicht fahren kann, ist in Spielen. GTA ist das schlimmste Altraum von mir. Ach, Johnny. Ich kann fahren. Hört jetzt auf. Hör auf. Denkst du, ich hab ein Auto vor der Tür stehen, wenn ich nicht fahren kann? Denkt ihr, ich hab Geld zu viel? Die Versicherung zu bezahlen? Die Steuern? Beppo kommt morgen zu mir. Ne? Wir feiern ja mein Geburtstag. Wenn es sein muss, tüte ich Beppo in mein Auto ein und dann fahr ich mit ihm. Alter. Ihr seid gemein. Du kommst mit dann weiter. Das ist ja doof. Ihr seid doof. Ihr seid alle doof. Wisst ihr was? Dann komm ich auch nicht mehr zu euch. Wisst ihr das? Marcel, ich komm dann nicht zu dir nach Hamburg. Es ist vorbei. Johnny, ich komm auch nicht zu dir gefahren. Ihr denkt ja alle, ich kann nicht fahren. Dann komm ich auch nicht zu euch. Es ist, ja, nee, das ist in Ordnung. Ich bleib hier, dann komm zu mir. Ich komm dann auch nicht zu euch. So einfach ist es. Ihr beiden habt bei mir. Und zu Beppo fahr ich auch nicht. Was? Beppo, wir fahrts auch. Tja. Kommt klar. Du musst mich morgen abholen. Nee, aber geht es mit dir mit dem Fahren? Oder brauchst du wirklich jemanden, der dich abholt? Es geht. Geht es? Ich wollte dich das eh fragen, ob wir dich abholen sollen. Beppo will saufen. Schlaf gut, Lecky. Und vielen, vielen lieben Dank, ne? Er fährt nicht. Was macht er dann? Kommt er auf den Kamel angeritten? Alter, wann ist dieses Medizinpferd? Er schiebt. Ihr seid so doof. Ihr seid richtig eklig. Marcel, wolltest du nicht schlafen gehen? Hast du das irgendwie nicht so... Der geht nicht so weit. Der nimmt gelbe. Kann nicht pennen, ja. Dann komm zurück in Discord. Ich spiele etwa Sims. Ja. Kommen sie rein in Discord. Junger Mann. Was kletterst du hier auf mir rum? Ich muss arbeiten nachher, Junge. Ja, ja, wir auch. Halt dich hier Depressor hier nur neben mir essen, Mann. Ja, ich hab's ja schon. Kann ich euch das Ei hier reinpacken? Mann, ich will das nicht mitnehmen. An euch selbst. Wir arbeiten auch. Nur dieser Poll ist kurz vorm Burnout. Was geht denn mit dir, Junge? Ich hab gar nicht gemacht. So. Das ist meine Rüstung. Ja, meine Rüstung ist... Okay, wir machen jetzt eine Checkliste. Rüstung ist in Ordnung. Mein Team ist... Chilet, Wolfi, Foxy, Nidwing und Capriti. So. Wolfi. Okay. Und jetzt verkloppen wir... Oder sie verkloppt uns den Arsch. Kommst du bitte her? Dankeschön. Falsche Seite. Ah, ey. Depressor hat einfach vor der Tür 100.000 Steine liegen gehabt. Oh, der Buhr. Der Buhr. Ich muss echt wieder Trash-TV-Folgen aufnehmen. Gerade, wo ich sehe, dass mein... ...wunderschöner Spot das erzählt. Obwohl ich gar kein Trash-TV mehr gemacht habe seit... ...Monaten. Ja. Ich muss das mit Jana echt wieder machen. So, jetzt fetzen wir diese Schlampe hier weg, Trudia. Level 15. Dann könnte ich ja... Haben wir... Beppo, glaubst du, wir können Kingpaka nehmen? Ja. Warte, ich gucke, ob ich Catrice... Catrice bekomme. Ist die in einem Dungeon oder wackelt die hier oben rum? In einem Dungeon. Okay. Also ich bin auch Level 23. Sie ist auch Level 23. Aber nur, sie hat einen anderen Level 23. Danke für die Bits, Johnny. Ganz viel Liebe. Warum? Marcel, bist du noch da? Jetzt mach ich, jetzt mach ich Johnny in Shoutout. Alles gut. Alles gut. Also man hat hier einfach Motz und niemand von den Motzes da. Was ist das, soll das? Wo seid ihr? Macht ja alles alleine. Danke. Danke, Marcel. Das haben wir es zweimal gemacht. Ich hab so Angst, dass sie mir jetzt den Arsch versuhlt. Hi. Wie geht's Ihnen? Beppo, was macht man mit dieser scheiß Dingens? Mit was für ein Dingens? Wenn sie mit ihrer Wolke auf dich losgeht. Äh, weglaufen. Alter, ich mach null Damage. Alter, bin ich jetzt bei Elden Ring? Aha, Bitch. Nutz den Bug. Der Bug geht nicht bei allen. Sie lässt mich halt nicht nachladen. Weißt du, was ich vergessen hab? Ich hab vergessen, meinen Paul zu nehmen. Ich weiß es nicht. Geh, Foxy. Foxy. Foxy, greif an. Jetzt. Die ist so krass fixiert auf meinen Arsch, man. Fix sie weg, Foxy. Du bist so eine Schlampen. Äh, ich brenne. Foxy, mach sie weg. Nein. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich werd sterben. Ich muss mich jetzt echt weghalten von der Schlampe. Foxy. Bitte. Ich kannte kotzen. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Okay, 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 okay. Ja, fick dich ins Knie. Mann. Ich weiß, wo mein Fehler war. Wisst ihr, wo mein Fehler war? Ich war der Fehler. Sie ist so stark noch. Es ist nicht, dass sie stark ist, aber... Es ist halt, wie mein Papa gesagt hat, weißt du? Ich kann nicht laufen und schießen und springen. Papa hat schon recht, was er da gesagt hat. Marcel. Sei nicht so gemein. Wo ist denn diese blöde Katze? Also... Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Meine Seite. Oh mein Gott. Echt? Hier ist auch noch ihr beide? Ja, also Johnny, ich glaube, das mit dem Telefonieren lassen wir heute. Weil du hast genau verstanden, was das heißt. Ihr seid gemein. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Beppo ist der einzige, der nicht böse mit mir ist. Ich bin konzentriert am Level. Ich gehe da nochmal rein und lasse mir den Arsch wecken. Alles ist gut, solange du wild bist. Komm. Was springt der bei Fremdwoid 70 raus? Alter, Chile, pass auf. Die fickt Chile nicht weg, Mann. Chile, bitte. Oh mein Gott. Bleib drin. Yes. Kapitri, mach was! Hey, danke für den Followed. Montagsdurchfahrt. Kapitri! Wer kommt, auf den Namen so einen Namen zu nehmen? Boah, ich werde so schlimm bei so Bossen, ne? Oh nein. Mensch, bleib drin. Komm, ich will doch nur, dass du Medizin für mich machst, Bitch. Lauf! Alter, die ist so fixiert auf meinen Arsch, ne? Es tut mir so leid, dass ich sie nicht heilen kann. Nein, ich wollte dich nicht verprügeln. So nicht zu hart verprügeln. Das ist ja schlimm. Da ist noch ein Wolfi. Komm her. Krieg's an Pals. Nein! Ich wusste, dass du willst mir an den Arsch... Po. Oh, ich hab sie. Papa! 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 Ah, 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 ah! Wuh, 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 wuh! Ach Gottchen, jetzt darf ich mich... Recken. Wippo, ich hab sie! Ja! Ja! Nein, ich wollte das scharf nicht umbringen. Oh mein Gott. Ich hab mir das Genick verzerrt. Okay. Ich hab die Schnuckelchen. Aber wie krass ist das? Ich hab meine Rüstung gefixt. Bevor ich hierher gekommen bin, ne? Gott sei Dank! Hab ich ihn nicht eingesetzt, weil sonst wär ich jetzt echt gefickt. Ah, das ist mega praktisch. Wie lange wollen wirst du alt? Ja, ich schwör dir, Mann. Bei mir krachen Knochen, die ich nicht mal kenne. Mega brutal. Was hier? Oh, ne, ich hab' ich einfach runter. Ah, es tut mir leid. Ich sag' das wirklich sehr oft. Ich mag dieses Wort. Wer ist das? Oh mein Gott, er ist traurig. Ich hab' seinen Dude umgebracht. Dann bringe ich ihn auch um. Muss er nicht alleine leiden. Du weißt, ich trinke neig. Ich muss zurück in meine Base. Ich muss sie einsetzen. Also wir könnten rein theoretisch King Packer machen. Oder ich könnte King Pen King noch machen. King Packer ist halt 23. Ich könnte... Normalerweise könnte ich hier machen. Ähm... So, ich versuch' mir mal zu pennen. Viel Spaß durch hier. Okay, Marcel. Schlaf gut. Wir sehen uns dann in einer Stunde. Tschüss, Marcel. Du stinkst nach Fisch. Haut dein Dähnner. Haut dein Dähnner hin. Also wie ein Penner raus. Abepo, du bist hier bei mir. Er schafft? Ja, also ich komm' jetzt zu... Du bist etwas bald weg, Lore. Nee, ich will jetzt zu King Peng gehen da. Warte, ich muss meine... Meine Doodys hier ein bisschen... Ich, ähm... Muss sie einsetzen. Oh Gott, hast du mich jetzt erschreckt? Du Penner. Wir nehmen mich hin jetzt raus und nehmen sie rein. Was macht sie denn noch? Ich schwör, wo ist sie? Da. Oh, sie macht Medizin. Aber Medizin plus zwei. Ich hoffe, Beppo hat Durchfall in kein Klopapier. Oh, Leute, die Liebe zwischen euch. Du musst wissen, bei laktosintoleranten Menschen, wir haben immer die doppelten Vorrätern Papier. Jetzt was. Bruder, du sprichst mir aus der Seele. Du sprichst mir aus der Seele. Ah, beim King... King... Penguin, da... King Penguin... Äh, Penguin... Da gibt's den Satie-Porter, den geh ich mal aktivieren. King Penguin... Das ist der King Green. Hast du deine... Hast du deine Pol sortiert? Nee. Ich will die Helge halt sortiert haben, aber ich weiß nicht, wie ich die sortieren soll. Äh, äh, du kannst sie mit dem Namen sortieren, du. Wo geht... Wo denn? Nur mal weiß, wenn ich mich nicht irre. Äh... Ah, hier. Nach Level, nach Pol, nur mal... Ah, ja, oh, Wallabilla. Dort, Entschuldigung. Weil dann hast du sie richtig sortiert. Jetzt kam aber voll der Ghetto-Slang bei mir raus, so. Oh, da ist wieder... So, 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 so. Oh, das ist ein Ball. Oh, meine Rüstung hat aber bitter, bitter, bitter gelitten. Was ist denn, Teleporter willst du denn da? Da, guck. Den blauen Ding, genau. Ja, den hab ich gerade aktiviert. Ach so, okay. Ich dachte so, äh, okay. Alter, diese Kisten ficken mich so zu Tode. Danke, Marcel, fürs Abo. Und er wünscht dir Durchfall. So gut sind die nicht. Die Kisten sind so ein Scheiß. Also, was machst du, Süße? Du transportierst. Ja, ich muss... Ja, mein Dino kann schlafen, Beppo. Ich muss nicht umbauen. Kann der schlafen? Ja, guck, er pönt hier. Ich selbst noch Fisch. Also, Marcel, du riechst immer mehr als Fisch, als hier. Du bist unser Lieblingskarpfe. Voll ekelhaft. Oh Gott, die Lache war jetzt bodenlos. Aber... So, ich guck jetzt mal, ob die echt Medizin... Oh, die kommt, die Medizin. Oh mein Gott, ich könnte heulen. Und wie schnell macht ihr die jetzt? Es geht, also, es geht definitiv schneller. Oh nein, sie, 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 sie hängt fest, glaube ich. Oh, sie kommt nicht da ran. Ich muss meine Bank wegmachen. Kommst du jetzt ran? Jetzt willst du nicht mehr rankommen. Nö, jetzt mache ich es. Ne, die backt echt, das ist kein Witz. Die guckt da gegen die Wand. Muss ich das jetzt echt woanders hin machen? Sieht so aus. Es ist sehr dunkel. Alter, dein Ernst jetzt? Weil die so behindert ist? Manchmal sieht man mir einfach an, wie fertig mich ein Spiel macht war. Dann stellen wir die hier hin. Oh mein Gott, wie krumm. Wie krumm. Mein innerer Monk. Mein innerer Monk. Was stand da noch? Die Paul-Ding hier. Machen wir die hier hin? Ja, das ist ja nicht meine feste Base. Kannst du denn jetzt auch Medizin herstellen, mein Schneckchen? Ich mache dir auch ein Licht an. Das macht dir echt gut. Nein. es hat nicht gereicht ich hab gar nichts mehr zu essen Dein Reloxaurus kommt mit der Arbeit nicht klar was macht er denn? wo ist er denn? er steht da zu backen guck wie er vibriert ok ok ich mag das nicht wenn Menschen ihre Nachrichten löschen alter meine Ports sind alle kurz für ein Burnout ja 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 bei mir ein neuer follower burnout ab in den entsafter ja ist auch richtig so es gibt keine kommt auch alles in den entspann es kommt es gibt keine probleme es gibt eine lösung das hast du jetzt nicht gewagt war dann wird er halt ausgewechselt jeder ist ersetzbar was ist er denn für einer ich habe ihn einfach ausgetauscht jetzt ich habe jetzt den penguin geholt ist eh besser ich will den pinguin eh gut der ist motiviert der junge ja der ist richtig motiviert sich das der junge der junge fühlt es der fühlt die arbeit der wenig sterben keine exe als der welt kam ich habe ich bin gerade so ich habe die nachricht nicht gelesen man wie dumm ich habe eine nachricht bekommen ich habe die komplett übersehen alter wer wer dreht denn da wieder so im rad so es ist jetzt gut oh nein gönnt sich ein päuschen also ich weiß ja nicht was los ist mit den leuten mehr aber wenn ich mir so oft ein päuschen gönnen würde wie die hätte ich keine arbeit mehr oder wäre es bei dir anders beppo sobald die einer eine pause macht gibt es ihnen nicht mehr es wird abgearbeitet bis man umkippt dann darf man etwas schlafen und sobald man wach ist muss man weiter ab ich schwör ich glaub ein arbeitslager wäre ja easier gewesen als bei beppo aber warum backen die hier so oft auf meinem meiner base und dann gibt es ihnen nicht mehr ach guck wie glücklich er ist der kleine pinguin er ist so glücklich er kann arbeiten ihm geht es gut er fühlt sich frei bei der arbeit arbeit mache ich auch fein ich glaube ich muss alle mal füttern aber habe ich genug essen dabei ich habe überhaupt kein essen dabei so jolo bin ich das machst du gut gummus wie viele bären oder die haben 1500 bären kommen gibt man helft ihr aber jetzt habe ich alle genommen dankeschön die haben hier über 1000 bär was ist denn was ist los mit denen jetzt wird jeder mal hier gefüttert ich werde gefüttert ich bin mittlerweile stufe 15 ich bin 23 ich hole mir jetzt den pinguin den hier der wo das lebe 15 kommst du bitte zurück Der denkt auch ein manchmal, der wäre besser, ne? Wulfi. Ist aber brutal, was die letzten Tage bei mir im Stream so abgeht. So dieses Grade und ich finde es super. Ich finde es toll. Das ist so schwer, mit dem Controller da rauf zu kommen. So, gegen Wasser. Was für ein Pokémon war gegen Wasser? Gegen Wasser hilft Elektro. Ich habe kein Elektro. Dann ist das kein Gelächter. Ich habe Wasser, Erde, Feuer, Luft und Erde. Ich will nicht. Ich setze Capritri an. Das war die Uhrzeit gegen Wasser hilft Pflanze. Ja, das habe ich auch gedacht. Dankeschön. Pick die weg. Ich nehme die Kleinen. Die sterben ja gar nicht. Sie sind unsterblich. Ich gucke dich böse an und du stirbst. Halt da, wenn die zu drei auf meinen Arsch gehen. Dann bist du tot. Einer ist tot. Einer ist tot. Einer ist tot. Diese Eisattacke ist so schlimm. Einer ist tot. Ich bin wieder in den Gebirgen, wo die Pädobeere rumlaufen. Nein! Was ist? Capritri hat ihn getötet. Ich war so konzentriert auf die Kleinen. Capritri! Kommst du wieder dahin? Oh, Capritri! Schätzle! Schatz! Das war... Jetzt müssen wir eine Stunde warten, bevor wir den Penner herbekommen. Ja, ich muss eine Stunde warten. Capritri! Kann man eigentlich auf den nicht rein? Nein. Null. Null. Ich dachte, auf den könnte man vielleicht auch halten. Leider nicht. Wäre doch voll cool. Ja, das war jetzt ein bisschen scheiße, wa? Jetzt hänge ich da trotzdem ohne meinen. Mann. 23. Den könnte ich mir auch noch holen. Level 17. Mammut. Kingpaka ab. Kingpaka könnte eng werden. Den schaffst du. Level 23. Ich vertraue dir. Hast du rumgesessen? Wo ist schon mal noch wehsehen? Du, du wirst, du kriegst so den Arsch aufgerissen, da wo du gerade rumturnst. Der turnt irgendwo, wo er nicht tun soll. Das Level 15 hat definitiv, sollte ich nicht hier sein. Ich schleiche mir, ich schleiche so rum hier. Oh scheiße, ich muss essen. Also es ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass mein Pokémon halt da so seinen Idiot gemacht hat. Wieso sagt der nicht, dass er Hunger hat? Jetzt habe ich eine super Fehler bekommen. Yep. Das, das war jetzt, das war jetzt uncool. Hat mir jetzt nicht gefallen, was er da gemacht hat. Entschuldigung, Leute. Komm, kletter, kletter, kletter. Nein! Schwere hochgekommen. Warte, Leute, ich geh nochmal kurz, aber ihr könnt mit Epo reden. Nein! Wann auch nicht? Ich bin schon wieder runtergefahren. Hier müsste es eher funktionieren. Wie, 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 hab's geschafft. Oder auch nicht? Was? Nein! Der ist ja auf mich aufmerksam geworden. Das ist schlecht. Oder auch nicht. Wer ist? Ja, das ist schlecht. Aber der ist auch trockst. Ja. Komm, schnell. Ja. Ja, das müsste auch genügend für da hoch. Komm. Ah, tue. Ah, Mann. Der Stuhl ist viel zu hart. Ah, Mann. 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 Mh, redet er sich das ein? Der sagst, ach meine Leute, die machen nichts, nur ich arbeite. Mh, klingt nach meinem Chef. Also, du kannst einfach mal Packer reiten. Toll. Nein, du kannst den Iger als Elektroschockgranate verwenden. Ja, so. Hm. Schmeißt du ihn dann einfach auf die Leute? Brrrr. Yeah, fang mein Iger. Und du kannst auch Handschuhe machen, damit kannst du bei den Manta rochen, kannst du die als Gleiter benutzen. Cool. Das Wildschweig kannst du reiten. Das Alpaka kannst du reiten. Der Fuchs ist ein Flammenwerfer. Der Iger ist Elektroschockgranate. Also, der Leaf-Monk lief als Maschinenpistole. Ja, der kriegt eine Maschinenpistole. Genauso wie der Dressaunstöschen. Tansi, der Affe ist ein kleines Sturmgewehr. Der Affe kriegt ein Sturmgewehr einfach. Sattel, 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 Halsband. Kim, ich glaube, ich dürfte nicht hier sein. Ah, Sattel. Sieht bisschen rot aus. Nicht wegen... Und die Kilamari, den Kalamari kannst du auch machen. Also, auch schweben mit dem... Brutal. Brutal, meine Leute. Brutal. Ich bin ja richtig weit von dir weg. Ich habe mich gerade gefragt, wo du bist. Was bist du denn? Alter, du bist bei mir in der dunklen Zone. Ich erkunde heute die Welt gerne. Die Presse Faulanz steht bei mir. Ich werde ihn töten, weißt du? Nee, er schläft. Lass den Buur schlafen. Irgendwie wollte ich hier in die Richtung gehen, um zu dunkler Werte in die Wolke. Ja, ich sehe es. Und du hast ein Hühnchen dabei. Also du musst... Du bist wirklich... Wie, ich habe keinen Silberschlüssel mehr. Mist. Das Hühnchen ist overkill. So Leute. Ich mache aber meinen Stream jetzt auf. Weil es ist 2 Uhr. Schon. Es ist 2 Uhr. Und wie gesagt, normalerweise... Telefoniere ich jetzt noch. Dankeschön dir auch. Danke, dass du da warst. Es ist immer ein tolles Gespräch mit dir. Hier. Muss ich echt sagen. Und dann... Gucken wir mal. Beppo, machst du noch lange? Ich werde noch etwas zuckern. Dann gebe ich euch weiter zu Beppo. Das ist die superschöne, sympathische Stimme, die ihr immer hört hier. Genau. Finde ich auch toll. Wir haben uns gefunden, John. Wir haben uns gefunden. So. Dann... Danke, dass ihr da wart. Danke für die Glückwünsche und alles. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Beppo. Da hört ihr meine Stimme jetzt auch noch eine Zeit lang. Und dann... Sehen wir uns hoffentlich die Tage. Und viel Spaß dann. Ich küsse euer Herz. Und dann... Bis dennne. Ciao, ciao. Bis dennne Antenne. Deine Antenne. Deine Antenne. Ja, ist gut, dein Weid von Chris Hems. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Who the fuck is this bitch? Uuuuh. Kim, kannst du dir in meine shoulder geben? Uuuuh. 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 Geht der Tür für heute, mir zu schwimmen? Boah, wenn ich jetzt rausgehe, wirst du nicht rausgeworfen, ne? Die Connection to the Host has been lost. Uuuuh. Das heißt, ich kann nicht... Nein. Wie dumm. Äh? Also stimmt, ich mache im Mund. Ich mache. Ne, ne, das ist jetzt stimmt. Ich kann auch in die Welt gehen. Aber, äh? Hä? Das heißt, wenn du willst, ich kann anders. Also, für mich steht das gut nicht, gell. Ne, ne, das ist jetzt schlimm. Ich kann auch in die Welt gehen. Ich weiß nicht, wie man braucht. Das ist richtig dumm, dann. Ich weiß nicht, du kannst nicht mal ein Spiel von den Hausten drüben aus. mega dumm mega dumm das ist wirklich dumm das ist nicht gut gemacht weil das hast du ja in arketen dickweiler spielen weißt du ja natürlich du musst permanent zwei walte bauen genau das wäre besser wir gehen in ophysland so spielen dass ich auch ein dingweiler kommen wirst du dass man dann auto mob menger gespielt muss spiel mal denger wissen dass man dann das war dicke blödsinn das nun zahlen zu wollen also mir genau dass man zu mir machen nach ein station Ich schläge nur, ich kriege dann schnell gar nicht hin. Und dann noch hängen. Ich schwöre noch, dass wir abhauen. Pullen, ich meine drei Poolstationen müssen durchgehen. War schon ein Überfall. Drei Sekunden, du. Brutkästen füllen. So, Schelmer direkt. Bei mir ist das ganz in der Seite, Gischen. Wo kommen denn die Gegner? Oh, da kommt auch viel. Ganz ein Kuckuck. Gischen. Äh. Kamst du? Ja, hast du Kuckucks klar. Ja. Krill sie, Krill sie. Autsch. Da merkte ich schon, hab ich nicht probiert, hab ich zu kreieren. Mann. Rutsch. Zerscheißen. Du Spast. Rutsch. Zerscheißen. Du Spast. Wir werden hier sitzen. Wir werden hier sitzen. Spielen, 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 spielen. Spielen, spielen, spielen. Boah, hat überhaupt alle so fasziniert. All gekillt. Wie viel Loot krieg ich heute? Ja, den holt, den holt beklagen. Wie viel Loot krieg ich heute? Ich weiß, dass du auch noch einen kurz zu kreieren. Wie? Schau dir aus der Pedobeh, wie früher wir uns. Wie willst du noch einen probieren? Äh, weißt du, bei dem wo ich gestorben war? Am Turm. Ach du, du hast die schon gemacht? Schon den gemacht, aber, du hast dich nicht gezielt für Dinge. Du hast dich nicht da gefangen? Nein. Ich probiere nur noch ein Kehlern. Ich gucke auch noch hin. Gucken wir mal. Hunde hast du genug essen? Pfeiler. Pfeiler misst du genug holen? Wird schon noch 413. Ja, ich geh mal über 1000 raus. Pistolen holen ich auch genug. Ich werd aber, bis ich rumkomme, neue Pfeiler in den Obdrag gehen. Eigentlich wäre Feuerpfeiler der idealste, aber schon nicht so viele Dinger. Wunder guft. Äh, ne, kein 1500 Pfeiler. Ich geh da, da 200 in den Obdrag. So, und dann, äh... So, und dann, äh... Nein, das ist schon über 1000. So, und dann, äh... So, du hast genug. Und nicht alles repariert. Ne. Ey, mir fehlt eh Metallbarren. Und da ist auch kein Eisen. Wir brauchen, äh, Dings müssen mal was nachhalen bis zum Schluss. Äh, äh... Weil so stark beschädigt das mein Dingens nicht. Ähm, gucken. Ne, die ist noch ganz gut. So, dann trauen wir mal. Ist mein Katowina. Gibt witzig. Ziemann arbeiten. So, und sehe ich, wichtig ist, äh, du hast Teleportationsplatz. Und wir müssen, als sehe ich, nach Hainagorn. Ich will da, glaube ich, Beppo. Fert, fertig, muss das nochmal richtig... Äh, stimmt, ich muss ein Team für Feuer holen. Ich holen, ich holen, ich holen, ich holen, ich holen, ich holen. Ich holen, ich holen. Was? Wann nicht noch eine andere Feuer? Ich hätt pena, ich holen here'n einfach mit. Ähm, ich holen heine Heus. Ich will den Betrieb Feuer. also ich muss mal stress machen so Schuka hat gemerkt, ich hatte die Falschrüstungen, das sind Schlammen. So. Da gucken wir mal. Ah ne, noch keinen rausschicken. Ich weiß, du hast das aber gefangen, Lashkaya. Ja. Und das aber... Ja, wei. Du hättest aber gebockt, das ist aber komisch. Ja. Ich weiß, die Sch*** die da abhat gehört. Ja. Ich bin jetzt hier. Ich kann natürlich auch sehen, dass die Dead-Gun noch tun wird, dass es nicht mir geht. Ah, kann ich sehen, ja. Das war Fail. Ich habe natürlich auch Sinn, dass ich die Anker noch einmal besuchen muss. Ich habe ihn noch nicht so platt gemacht, ohne Hilfe. Das ist schwer, kann ich nicht sehen. Er hat mega stark, hatte dick viel Leben. Aber Feuerstick effektiv gaint hat. Oh man, ich treffe einfach nicht. Ich muss es hart treffen für kritische. Yes. Oh man! Haben sie den Schuh gift? Was hat's? Ehh, come on! Schuh treffen! Ja, voll treffen! Ja, voll treffen! Ja, voll treffen! Ja, voll treffen! Scheiss! The next thing do. Wow, your ulti is always fucking. And... ...bewees just so viel Mädchen. Wer jetzt heute gekillt? ... 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 Ich stich doch nicht so viel. Nö, nö. Lass mich mal drauf. Die Knurps bei den U-Griffer sind dick schlimm von ihm. Die Dinger die da explodieren oder wei? Ja die hier. Sie unter die Ecke sind wie der Kaffee nicht zu bauw. Die andere Seite sind sehr süß. Die Beteiligung! Die Beteiligung! Boah! Mann! Halt doch! Die Krise, die ist von mir in Schiss gehen, Alter. Das hat doch nicht Sinn. Oh oh! Mann, er läuft so anormale Bewegungen zu, Mann. Jetzt haben wir so Umzugungen. Das sind noch zwei Minuten. Ich würde einfach... Ja, weil ich würde einfach nicht treffen. Das ist so anormale Bewegungen. Ah. Ne? Fuck. 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 compress hin. Oh, fuck. Time out, Peter, um 3000 Punkten, also im Durchgang. Willst du mich verarschen? Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wen hört da los schon? Mach jetzt halt den Gag mit mir. Verpisst er schon. So. Karen kommen. Hi. Chasepulver. Vielleicht halt schon rund 22 Steine. Ich geh mal. Hä? Ja. Ja. Genau. Ja. 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 hierhin hält dick viel ab ist der wach ich war abt hin hätte ich geh noch mal zu wollen ich habe einen Fehler über den Level 20 boah über den aber wie die Leute ist ja Präse man willst du meinen Kaum Schmecke ich gelohnt noch ein bisschen Eise sammeln am besten. Schmecke ich kenne mal ein Elektro, wir bauen mal hier noch zu stark. Wie krass das haben wir gebläht haben. Verdammter Hurensohn. Ich versteh'n hier geil, Sio nehm' die ganze Pudersnäge raun' sondern wir tehn's ja schon. Was seh'n so fiese Püten, ey. Okay. 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 Nein, es ist wieder ein Vulture-Cup. Hier ist ein Dungeon. Aber ich traue mich heute nicht dran. Ganz schön, da hast du Mund auch gekitzt vom Server, weil der Reh wie er verarscht hat. Wie hast du denn noch immer meinen Tik Tok oder geht denn? Nein, nein. Ja, nein. Nein, 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 nein. Ich denke, ich werde selber aufhauen. Oh la la, jetzt müsste es laufen, wenn ihr seid mal. Hopp, da wäre nichts zu viel geholt. Oh, jetzt kommt es auf der Karte, dann kommt es auf der Karte. Ich habe ihn mit ihm geholfen. Du hast nur eine Schutztruhe. Oh Gott, also Bappel, ich habe den Knie gesehen. So, ich müsste genug Holzquill holen. Scheiße, ich hatte Holzquill, ich sollte nicht draufholen, da kann ich mich nicht bewegen. Oh, warte. Danke Umsatz in meinem Arsch. Oh, ein Bauplan für eine Pistole herzustellen. Okay. Oh, fertiges Pahlöl. A priori schon war frei jetzt für die hier zu stellen. Aber, das ist nicht die Wisch. Nee, die haben ich noch gut nicht freigeschaut. Gut. 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 Vielen Dank. Was lief dann heuer im Hof? So, römne D-N-2. Oh, Gott. Das ist der Produzier in eurem Zephyl. Boah, an den 100 Hohels wird er produziert. Seid der Koffer fragt. Das ist der Koffer. So. Jena so heftig, jena so stuf 3, 4 feuer. Guck wie schnell dat geht. Güta man, die mischen riesen Dinge. Du brauchst nicht lang zu werden, was da so drin wirst. Bastaal ist Open, was da nicht so dicht , was da nicht so dicht, was kaubed Jos là und jetzt sohn. Guckstparent es und nach Time א�fangen auch an. Gut geschafft, mein Klang. Mein Klang? So, hier muss ich nur noch Tattoo machen, weil dann kann ich nämlich Dingens machen. Wie steht hier? Munition für Pistolen. Da kann ich nämlich 890 Pistole Munition machen. Und dann gehen wir die Quatschplotman an. Was ist so, dass ihr heute rum Hunger? Ich wette den Futternapfers rum voll. Jetzt habe ich schwer in sich. Guck, jetzt habe ich es voll. 55 Spiele, 102 FE. Ich weiß nicht, dass wir zu Gavillin holen. Oh, der Schwadranf. So, ist schon ein Team von Feuer, Feuer, Feuer. Oh, der ist nicht mehr Feuer. Oh, der ist nicht mehr Feuer gefahren. Da gehört. Den Decken. Ah, hier noch ist neu. Nicht wirklich. Wobei, hier noch ist nicht schlecht. Hier noch ist 222. Hier könnte ich ersetzen. Schon dick viel eher. Das ist 2, 1, 3. 1, 1, 1, 1. Ich meine nicht ersetzen. Ich hoffe, dass ich hinhole. Das ist interessant. Hier noch nicht raus. Hier noch sind 2. Uh, hier noch ist besser. Ich mache einen hin und dann. Hier noch nicht 2 von denen. Oh, du warst fertig. Gut geschafft. So, dann machen wir Hi. Und mir geht Panne. Oh, der ist hier noch. Er ist gebrüllt. Uh. Gut Väter. Da haben wir auch 3 Feuer eher drin. E für Dish. E für Dish. Und E für Dish. So. Holzkull. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Hier noch. Dish. Dish. Ich... Hier noch nicht. Ich denke, 100 Kugeln müssen durchgehen, weil wenn ich rechnen, sie möchte über 100 Schuhe werden, pro Schuss 10 Schuss sind schon 1000 und 100 Schuss sind 10.000. Und. 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 Läfts ja mehr, oder nicht? Ja, wieviel Kohl in den Hühnestadler haben kannst du? Versicht sich. Nee, nicht in Überfall. Wo kommen wir zu? Nee. Wolltest du da fangen? Ja. Ja. Und sehr von allen. Ja. Oh Gott, mein Arsch, die. Ja. Wobei, das ist eigentlich praktisch, weil die Lustigere Muni fallen. Ja. 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 Schmei, Poldo, Hunde, und das wird halt viel Kampfen. Ja, das war weg. Ja, das ist Fisch. Ja. Habt sie Glitch in? Okay, gut. so viel viel money haben wir länger nachts, ich fuhne aber ein bisschen money und mir gucke wir money ich hoffe du hättest noch zwei dinger gemat, was hat er schoffen? was bist du dran? kommt gefällsch heiner an hilf mod money fertig zu machen kommts ich fuhf hier willkommen So, wie viel bin ich? In uns ist plötzlich schon noch ein Snipermonitor, das ist gut. Dann wirst du mal da... Ah, nee, das Ding ist so fliegt. Dombus noch fliegt. Dombus noch fliegt. Weil du mich komplett verarschst an etwas Dingens. Nicht halten, nicht halten. Nicht halten, nicht halten. Du fehlst mir wirklich viel Borden für meinen scheiß Armbrust zu fliegt. So. Komm. Warte, ich hab dich. Und hol. Ich hab dich mal spiegel. 원. Zusammen spiegel. Ja, was die? Gut gefällt. So. Der Nanubi soll eh von den stärksten Pols sein. Ja, schon gesehen auf TikTok. Jetzt soll ein Trick gehen für den E-Stat zu kriegen, weil du kannst ihn als Bus nicht mehr, ob du fährst. Okay. Ich soll das machen, verschwunden. Geh um. Oh, ich soll es haben Munition, Mann. So. Ich mache genug Ehrsinn für Mat. So, Mat realisiert sich eher nach Mat. So. 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 Gut geschafft. So. 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 Soitzsch. Oh, das ist voll geil, ja. Das ist doch nicht toll, was soll ich da fortgehen? Ich glaube, das ist... F***ing hate it. Du musst halt den Bapp auch gar nicht. Geh es doch an und du f***st die Algo in den Arsch. Bin ich gleich blockiert. Okay, Bapp, dann hab ich von mir. Jo. Bis dann. Bis dann, tschau. Wo, jetzt ist ein W-Z-W-Misch. Wie das ne improved ist? Jo. Komm her. Geh. Ohh. J Hab, du hast du schon Gonnalaughs, wenn du sie t жизни probierst, intage hast du mit dem rapportnisse Chip? sy Bapp. Das war's für heute. 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 Wow. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Ja, das War's für heute. Ja! Das Bootbrot показывiert wenn es was heißt, Ja, fuck off. Voll durch. Mann, von dem Winkel. Gesinn ist schnisch. Das ist schnisch. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, nein, du bist schon auf der Säule zu verstoppen. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wobei ich mal nachdenkeh' ja... Oh, das ist gut. Nee. Komm, schei's. Die hat geklappt. Die hat geklappt. Die hat geklappt. Nee, schei's mit Schnitter. Die hat übersetzt man die Übersetzung. Die hat geklappt. Wenn die Bes对 K Jugger Vielen Dank. Jaaa! 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 Weil sie mir schluffarisch im Weh ist sie gestören. Jaaa! 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 So net spülen! Jetzt ish upgeheil! Jaaa! 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 Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. So. 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 voran. Und dementsprechend denke ich, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und dann bis in ein paar Stunden.